Äh, Leute, wir fangen an mit dem ersten Türchen. Weihnachten, Leute! Okay, let's go! Ähm, Customizing? Untertitel? Achten Sie darauf, welche Video-Qualität-Einstellungen Sie für das Spiel verwenden. Ähm, ja, ich gehe jetzt normale. Beautiful, 6 Gigabit, fantastic. Wir haben eine fantastische Grafik, okay. Intensität des Mondlichts. Äh, Audio, Sprache, Englisch. Nachhall, okay. Schauspieler. Cross-Dressing-Animation. Was? Cross-Dressing-Animation? Wollen wir Cross-Dressing-Animation? Blut der Gewalt. A little. A little. Enough. Extra. Schwere der Brüste. Oh. Die Macht des Gesichts-Animationen. Sight. Iron Set. Player loses aim, wenn. Never. Nacktheit. Da. Ist aus, okay. Alles gut. Ist aus. Das ist das Wichtigste. Schutz des Spielers vor Schäden. Okay. Hat was mit LGBTQ zu tun. Okay, rein da. Fortgeschrittene Fertigkeiten. Beinhaltet Möglichkeiten, zusätzliche Funktionen wie Verstecken und Verbergen zu nutzen. So wie entsprechende Schulungen und Benach... Ja, komm, mehr Fertigkeiten, mehr gut, oder? Auto-Aim, I guess, ist gut, ne? Spielverlauf. Shooter, Valhalla, Narrativ, Hardcore. Ja, ich lasse einfach, ich habe keine Ahnung, was das... Sprachlich-Deutsch. Schadenserfassung und taktische Komplexität. Dauer der Kämpfe. Dauer der Kämpfe? Ja, machen wir kurz, ne? Ähm... Achso, I guess, dann gehen wir rein, oder? Szenen, Tagebuch. Fertigkeiten. Wie starte ich denn das Game? Fortsetzen? 0,5 ist aber länger. Historischer Hintergrund. Die Expedition von Heinrich Franklin nach Ost... Ein Tagebuch mehr, ein Dollar mehr. Alex Wohnung. Diesen Morgen einfach durchmuchen. Ein typischer Morgen von einer unbefalteten Person. Sonne, deine liebte Freundin. Passable Kaffee und frische Toast. Und nichts, was zu tun. Was könnte besser sein? Okay, das Menü ist super weird. Wir haben Frühstückprobleme. Wer würde das wundern? Ich muss mit Anna sprechen. Kann ich schon spielen? Jo, was ist diese Kamerabewegung? Maschine, der Typ aber auch. Guckt ihn euch an. Crazy. Moin, Anna. Ist eins zu eins sicher? Äh, es ist eine großartige Wohnung. Alles funktioniert, was? Das ist eine großartige Wohnung für die Geld. Und du kennst es. Bordig. Ich bin auch von dieser Konversation. Okay, wie steht die denn auf? So stehe ich auch im Außenbett auf. Immer komplett mich hinstellen, im Bett und dann runter vom Bett. Sind die Boobs nicht ein bisschen zu sichtbar für Twitch? Was für Boobs? Man-Boobs darf man zeigen. Die wichtigsten Punkte, die sie besuchen müssen, werden immer auf den Kompass. Kann ich schon kämpfen? Ich würde gerne gegen die Puppe prügeln. Junge, die Steuerung ist so komisch. Es ist so komisch, die Maus delayt. Was eine beschissene Wohnung. Aber Billardtisch ist stark. Ja, wir ziehen uns an, I guess. Bekleidung wurden im Inventar. Okay, ich muss jetzt ins Inventar reingehen. Warte, ich kann das doch mit Gamepad spielen. Vielleicht ist es mit Gamepad angenehmer. OP-Hosen, Alter. Die sind richtig overpowered, die Hosen. Ich weiß nicht, geht jetzt das Gamepad? Ich glaube nicht neu. Ich starte lieber das Spiel nicht neu. Ich spiele lieber mit Gamepad. Okay, wenn ich... Wenn ich Gamepad anhabe, dann geht die Maus immer automatisch hoch. Ja, ich mache das Gamepad. Ich spiele lieber mit Paus und Tastatur. Ich habe Angst, das Spiel nochmal neu zu starten. Okay, und Dashke mag das Spiel. Voll gerne. Scheiße, jetzt habe ich das Spiel kaputt gemacht. Scheiße, jetzt geht die... Jetzt geht die Maus immer nach oben, weil ich das Gamepad einmal kurz anhatte. Scheiße. Kann ich irgendwie... Wenn ich ins Menü gehe... Scheiße, wir müssen das Spiel neu starten. Fuck! Wir müssen die Ausfahrt nehmen. Ich kann so nicht spielen, wenn die ganze Zeit die Kamera nach oben geht. Ähm. Letzte Speicherung laden, ne? Ja, und dann starte ich mit Gamepad. Mach doch noch Fullscreen oder so. Das Spiel ist Fullscreen. Einfach neu laden. Historisch. Als er 25 Jahre alt war, legte er sein Anwesen auf und organisierte eine Reise, von der sein ganzes Leben lang geträumt hatte. November 1905 zogen Franklin und sein Team... Okay. Nein, es geht von alleine hoch. Wir müssen neu starten. Ich kann so nicht spielen. Ich muss die ganze Zeit dann so spielen. Was ist, wenn ich das Gamepad nochmal anmache? Wenn ich das Gamepad nochmal anmache, dann spinnt das nur noch. Okay, jetzt mache ich das Gamepad wieder aus. Und dann mache ich es nochmal an. Vielleicht jedes Mal, wenn ich das Gamepad anmache und ausmache, kommt eine neue Bewegung dazu. So, pass auf. Jetzt geht es nach oben und zur Seite. Und jetzt mache ich das Gamepad wieder an. Okay, jetzt dreht sich das nicht mehr. Jetzt geht es wieder nur nach oben. Boah, Junge, was ist das denn? Du meinst, das cancelt sich dann irgendwann. Ja, vielleicht. Vielleicht, wenn ich eine Gegenbewegung mache. Oh, nee. Ich muss neu starten. Wir kommen nicht drumherum. Ausfahrt, stornieren. Nee, ja, beenden. Okay, bitte geh wieder an. Ich mache wieder mit Exe und Administrator, okay? Noch mal 30 Minuten singen. Nein, nein, nein. Vielleicht muss man wirklich einfach nur lange warten. Ich habe ja gerade ein bisschen länger gewartet und dann ging es. Vielleicht müssen wir einfach nur ein bisschen länger warten. Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr schon wieder die Ausfahrt stornieren müsst? Mann, jetzt habe ich einen Orwurm. Von alle Jahre wieder kommt das Christuskind auf die Erde nieder. Ich warte immer noch. Ich hatte irgendwie... Da ist es. Ich habe es. Es geht wieder. Ja, ich musste Windows-File-Taste drücken. Jetzt ging es wieder. Windows-File-Taste, dann geht es. So. Load. Okay, Abfahrt. Wir sind drin. Ich will nicht mit Controller spielen. Das geht ja nicht mit Controller vernünftig. So. Junge, das Springen ist ja megaarsch. Und ich kann nur einmal springen. Ah, Cooldown. Sprung hat einen Cooldown. Ich muss jetzt wieder von vorne. Ich muss jetzt wieder mit dir klatschen. Ich dachte, das ist der Plan. Der Plan ist, das Spiel wieder neu zu starten, damit das Spiel wieder funktioniert. Das ist eine große Abfahrt für die Geld. Und du kennst es. Boring. Was ist die Beschreibung für das Spiel? Ich habe keine Ahnung, das Spiel sieht auch komplett weird aus, weil es da so Szenen gibt, wo es aussieht wie ein normaler Shooter und dann aber aussieht wie so ein World of Warcraft-Spiel, wo die Frau mit irgendeinem Zauberstab rumrennt und irgendwie Feuerzauber macht oder so. I don't know. Es ist irgendwie ganz wild. Ich habe keine Ahnung, worum es hier geht. Es geht wohl um das Land Lemuria. So, äh, na, warte. So. Okay, ähm, und jetzt Fernseher gucken, ne? Verkleiden. Wir wurden informiert, dass die Unions der Klinischen, Schottpacker und Handelmann einen indefiniten Streik für alle ihrer Mitgliedstaaten und die Unionspartnerinnen und Handelmann demanden höherer Wäge, erhöhten soziale Guarantäen und Respekt. Ich habe mal gelesen, Chat, ich glaube, das war das Game, da hatte ich mal gelesen, dass das früher mit Text-to-Speech war. Und das wurde vor kurzem, glaube ich, geupdatet und hat jetzt AI-Voices. Hallo. Ich bin in einer der Migranten-Quarteren, durch eine spontanische Proteste. Fast keine dieser unförtlichen Leute haben einen Job. Und die, die tun, haben heute nicht zu arbeiten. Wie soll ich das downgraden? Soll ich jetzt zu dem Entwickler nach Hause fahren, oder was? Hier ist, was ein Repräsentator von der Migranten-Community wir haben, gesagt. Danke, Frau in unseemlich shameless Clothing. Das ist nur der Beginn. Wir werden von den Stadtraten reduzieren die Zeit für eine Residenz-Permit für drei Tage und zu erstellen direkt-Sea-Shutte und Flugzeuge zu unseren Ländern so that everyone who wishes to can come here and get everything that they are entitled to here by law. And here's what I want to say. Der Indikator Neugier hat den Wert 1 angenommen. Habt ihr aufgepasst, Chef, worum es ging? Ich weiß nur, dass er gesagt hat, dass er eine schamlose Kleidung anhat oder so. Also das hab ich keine Ahnung. Ah, okay, so jetzt. Junge, was ist diese Steuerung? Ähm. Nach diesem Workout muss ich mich erinnern, dass ich meine Schuhe checken muss. Okay, ich hab auch noch irgendwo eine Schuhe rumliegen. Wie gehe ich denn wieder aus dem Kampf raus? Okay, automatisch oder so. Waffe ausrüsten. Äh, Null oder Tee? Oder Tee? Nee. Übung, vielleicht muss die Waffe es finden. Da. Ist die da drin? Oh mein Gott! Nee, da ist die am Duschen. Ähm. Wo ist denn die Waffe? Erst mal Wohnung mit der Pistole trainieren, ja. Ähm. I? Ich hab keine Pistole. War hier S da? Nee, ich glaub. Ich kann da nicht rein. Okay, warte. Der hat gerade das 2 Stunden gestreamt. Also ist das doch safe, oder? Ey, man sieht da nichts. Glaub ich. Okay, da war die Pistole war in der, in der, in der Badezimmer. Ich hab nackt halt aus, ja. Also die Dusche war halt sehr, ähm, sehr nebelig. Was, diese Menüs, Alter. Ich kann mir Pistole prügeln. Johohoho, wie ist die Gang? Sie sind Uncle Kim's Gang und sie sind in einem violenten Mood. Aber ich öffne die Tür auch. Terminator? Ich hab noch 2 Wochen. Mir wurde eine Stundung versprochen. Schlagfertigkeit. Ich habe einen Check per Post geschickt. Boah, ist das schlagfertig. Ich mailte dir einen Check. Do not joke with me. Who mails Checks these days? You don't even know the Postal address. So, Schachmat. Ich hab noch 2 Wochen. Mir wurde eine Stundung versprochen. Ich wurde gesagt, dass ich eine Reprieve bekommen könnte. Uncle Kim hat seine Meinung geändert. Wir brauchen jetzt das Geld. Ich habe nicht das Geld im Moment. Ich könnte das gleiche auf dem Telefon gesagt haben, wenn du gerade geholfen hast. Ich würde nicht sehen, dass deine Hand shaking über die Telefon. Whatever ist shaking, es wird nicht machen, es wird nicht auszupassen. Es wird nicht auszupassen. Und es wird nicht zufrieden, es wird nicht zufrieden. Boss, ich kann ihn mit einem punch machen. Er wird nicht mehr Zeit machen. Er wird nicht mehr Zeit machen. Mit einem punch machen. Aber Confucius hat gesagt, dass der beste Spieler ist derjenige, der gewinnt ohne zu kämpfen. Du selbst will kommen zu uns. Oder du sehr gut regrettest. Einen Weg oder anderen. Ich werde dich wiedersehen. Sag Hallo zu Uncle Kim. Mein Tipp an dir. Wenn du Uncle Kim sehen möchtest, nimm ihn nur Sajanin. Okay. Wolle wilde Frisur, Junge. Habe ich einen Pullover, wo hinten drauf Style steht, an? Aber ich muss immer mehr Ammo bekommen. Gespräch mit Anna, okay. Falsch rum angezogen. Ja, eigentlich müsste das auf vorne stehen. Ich gehe heute in die Gentur. Alter, erstmal Arbeitsamt. Du weißt, ich gehe jetzt nicht mehr. Ich bin weg. Warte. Was? Nichts. Tschüss. Was geht gerade eigentlich mit der Musik ab? Die Musik abstellen? Hat sie jetzt mit ihm Schluss gemacht? Ich check's nicht. Dabei ist doch nur sein Toaster kaputt gegangen. Okay, das sind die Aufgaben, die ich erledigt habe. Okay, cool. Sie will doch in eine bessere Wohnung ziehen oder so. Ja, sie will einen Toaster haben, der nicht kaputt ist oder so. Boah, danke. Die Musik ist, die Musik ist aus. Ein Zimmer für mich und meinen Tod. Währenddessen auf der anderen Seite der Welt Motel neben einer Waldstraße. und einer weniger Double Agent. Jetzt muss ich unseren Mutuellen Informanten aus dem Hohle und herausfinden, welcher von uns er liebte. Okay, die Physik in dem Spiel ist... Ich meine, ich habe den Regler hochgedreht, ne? Inventar geändert, sparen. Schiffshalterkamera. Bombe mit Radio-Bedienung. Das seht ihr gar nicht hinter der Kamera. Moment, ich kann... Ich kann mal... Was hat hier Deschke denn gespielt? Moment mal. Moment mal. Moment mal. Ich kann sie komplett nackt machen. Wieso hat Deschke irgend so ein Porn-Game gespielt und gesagt, ich muss es unbedingt... Oh, yo! Und ich muss es unbedingt spielen. Wubu. Wubu. Ja, Deschke ist auf Twitch gestreamt und daraus dann ein Video sogar gemacht. Spielen heißt er nicht streamen. Doch, er wollte ja, dass ich erst das streame. So, wo werden wir uns treffen? Aber mind you, I'll be a little late. There are some things to do. Do you know the Grand Rock Motel on the Forest Road? Yes. I'll come. Wait for it. Deschke erkennt Qualität. Dirty Deschke. Wer kennt die nicht? Das ist dein Spitzname. Kann ich selber fahren? Ich hoffe, das ist jetzt keine Animation oder so. Ich kann selber fahren. Abfahrt! Ich kann mit der Maus steuern. Wie bei Halo. Alter. Er wollte deinen Trust testen. Und das ist in Wahrheit ein Prank. Ah. Er will, dass ich gebannt werde. Beweis, dass du ausziehen kannst. Ich werde dir jetzt nicht zeigen, wie sie nackt aussieht. Und worauf ich jetzt gar nicht geachtet habe, ist... Moment, kann ich nochmal aussteigen? Wie steige ich aus? Okay, ich kann nicht mehr aussteigen. Ich habe auf etwas nicht geachtet. Ich habe ja Nacktheit ausgemacht. Vielleicht, wenn man das ja ausmacht, ist sie einfach nur eine Barbie-Puppe. Aber ich habe halt nur von hinten gesehen. Ne, nicht mal im ersten Ad-Bend werde ich euch der Nackidae-Content geben. Ähm. Enter. Okay, sie ist jetzt wirklich rechts rum gefahren. Ah ne, rechts rum ist auch der Ding. Okay. Crazy. Okay, kurz nochmal Test. Ich will es halt nur sicher gehen. Nicht, dass wirklich gleich irgendjemand kommt und es nicht angezogen oder so. Und dann sehen wir gleich komplett alles oder so. Spielverderber. Test. Junge, jedes Mal, wenn dir jetzt ein Kleidungsstück auszieht, kommt eine Animation, wie sie das auszieht. Ne, sie ist keine Barbie-Puppe. Da ist alles modelliert und textuiert. Sie ist keine Barbie-Puppe. Was hat mir ein Deschke hier empfohlen? Junge, wie lange zieht sie sich denn bitte an? Danke. Okay, let's go. Also, sie ist jetzt irgendwie, das ist jetzt irgendwie ein zweiter Plot. Es gibt irgendwie zwei Plots. Der Typ am Anfang, das Name ich vergessen habe. Und sie hier. Der Typ hat irgendwie Probleme mit irgendwelchen Schuldeneintreibern. Und sie hat, glaube ich, gerade irgendjemanden umgebracht und vergraben oder so. Keine Ahnung. Es gibt irgendwie so zwei Plots, I guess. Hallo, Gorgeous. Entspann dich. Es ist gefährlich, das zu einem Fremden zu sagen. Genau. Es ist gefährlich, das zu einem Fremden zu sagen. Es ist gefährlich, das zu einer Frau, die du nicht kennst. Es ist nicht schade, das zu sagen. Nur wenn es nicht wahr ist. Vielleicht. Aber wir gehen zurück zum Geschäft. Wir gehen zurück zum Geschäft. Raum 4 ist frei. Eigentlich, sie sind alle frei. Aber zumindest die Pläne funktioniert in diesem. Was hast du denn ein Problem mit ihren Ahren? Hier ist der K. Was anderes? Er ist ein guter Mann. Wenn es messer wird, ist er besser aus hier zu bleiben. Okay, wir wollen ihn retten. Gespräch beenden, vor Gefahr warnen. Das ist nicht dein Motel, ist es? Ich kenne mich wie ein Property-Owner. Property-Owners sind sehr unterschiedlich. Aber ich habe die Antwort. Und? Gehe in die Stadt und nicht zurück bis morgen. Gehe in die Stadt und nicht alle abschlachten oder so. Vielleicht kommt hier Krieg oder so. Dein Job ist nicht das Hauptsache. Ich habe dich bemerkt. Danke. Ich denke über das. Geheimnis aufgedeckt. Ich bemerkt. Und wenn etwas passiert, wird mein Bewusstsein calm. Okay. Mein Bewusstsein calm. I need to look around and find escape routes, just in case. Pumor! It also makes sense to linger on this platform and calibrate the sensitivity of the controls and the speed of the run. This camera will allow me to observe, what is happening. Ah, jetzt hat sie die Kamera dahin gepackt. Die Schiffshalte-Kamera. Use weapons. Was habe ich denn? Ich habe ein Messer. Ich habe eine Knarre. Ich habe ein Handy. Kann ich mit dem Handy draufhauen? Nee. Okay. Und ich habe nichts mehr. Okay. Aber bist du nicht Raum vier? Ja, aber die kommen ja hier entlang. Die kommen ja hier so entlang. So. Wo ist diese Kanter? Wir werden sie umbringen. Und dann gehen die ja hier vorbei, werden hier gefilmt. Und dann weiß ich schon vorher Bescheid, dass die kommen. Weil wenn die Kamera ja hier ist, dann ist es schon zu spät. Oh, der ist offen. Kann ich da rein? Ich weiß nicht, ob ich das Spiel irgendwie out of bounds gehen will. Ich weiß nicht, ob ich hier irgendwie Glitches machen will. Und dann Probleme haben, dass ich das Spiel wieder neu starten muss. Aber das geht auch nicht, glaube ich. Ich kann mich da nicht reinquetschen. Und hier kommt die Bombe rein? Ja. Glaube ich. Verwenden sie Tastempfindlichkeit der Maus. Was? Keine Ahnung. Da ist so viel Text, so viel UI. Das fuckt mich voll ab, man. Ich will meine Maus nicht ändern. Nervt nicht. Okay, dann schauen wir uns mal um. Hier, Kleiderschrank. Hier kann man sich verstecken. Ich sehe nichts. Oh, ich kann so schießen, dann um die Ecke. Ah, okay. Mit nichts. Ja, okay. Wir spielen nur eine Rolle gerade. Also wir simulieren das gerade nur. Deshalb. Junge, was ist mit ihren Fingern? Wie greift die bitte die Pistole? Was ist das für ein Griff? Oh, da waren ihre Augen. Lol. Boah, das sieht voll schmerzhaft aus. Frauen, ne? So, ich kann auch mit dem Messer angreifen. Ich kann auch mit dem Smartphone angreifen. Ja, okay, jetzt geh raus. Sie ist professionell. Ich glaube, die weiß, was sie tut. Ja, ich bin mir nicht sicher. Ich bin ein Mann. Ich muss ihr erklären, dass sie was falsch macht. Okay, ich kann auch hier um die Ecke. Und dann pa, 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 pa. So, und jetzt ab ins Bett. Okay, die plant das ja richtig durch hier. Die will so die Kissen unter die Decke legen, dass die reinkommen und denken, da liegt jemand. Und schießen dann dann drauf oder so. Okay, sie geht in den Bikini. Ich habe Nacktheit ausgemacht. Wahrscheinlich hätte ich ein Bett zum Anfassen-Quest gescheitert. Ich habe was verkackt. Kissen nicht versteckt. Boah, dauert das alles lange. Ja, meine TikTok-Aufmerksamkeitsspanne kann das auch nicht. Wo kann ich, äh, wo kann ich halten, damit die Animation schneller geht? So. Bin ich jetzt fertig? Die Kamera draußen. 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 Es ist Zeit, zu sehen, was da passiert. Soll ich jetzt einfach aufmachen? Ach. Smartphone. Okay, ähm, wie mache ich den Transformer hoch? Gehe ich jetzt da hin raus? Aber ich bin tot. Scheiße, das Licht im Motel aus. Okay, ich glaube, das Ding ist schon aus. Sie hat das selber gerade ausgemacht. Boah, das Blut, Junge. Das müssen wir gleich ausmachen. Wo, wo, wo? Wie viel Leben habe ich? Bin ich gleich tot? Hab ihn. Der rusht mich. Der rusht mich. Wohin schießt der? Das ist mein Kumpel. Er hilft mir. Junge, das Spiel ist so dunkel. Der hat mir geholfen eigentlich. Er hat mein Blut geklaut. Okay, haben wir es? COD be like. Warte, wir müssen kurz mal customizing. Video. Helligkeit. Das ist irgendwie viel zu dunkel. Wirklich dunkle Nächte. Was, wenn ich wirklich dunkle Nächte mache? Es hat sich nichts geändert. Oder? Helligkeit. Hat sich was geändert? Ich glaube, ja, ne? Meine Schuhe sind weg. Ich habe meine Schuhe vergessen anzuziehen. So. Ja, und ich hatte irgendwie Granatenbulle im Auto gehabt. Aber ich habe das jetzt ohne Granaten geklärt. Werfen Sie eine Granate. G oder B. Okay. Ähm. Ich glaube, wir sind fertig, ne? Oh, doch nicht. Ich sehe die Gegner halt nicht, ne? Cooler Effekt, ja schon. Status der Schlacht. Ich glaube, ich muss sie einfach hier noch verteidigen, ne? Okay, Status der Schlacht geht nicht mehr weiter hoch. Ey, das UI ist so eine Katastrophe. Das ist crazy. Ist das ein Kumpel oder ein Gegner? Geht da hinten. Ja, ich sehe ihn nicht. Ich messer den jetzt. Der trifft mich gar nicht. Zick, zack, zick, zack. Boom. Das Scheiß hat mich getroffen. Bleib doch stehen! Boah, das Blut. Das wollte ich auch noch ausmachen, ne? Ähm. Abenteuerkamera in safe locations only. Nee. Ähm. Intensität des Mondlichts. Digga, gib mir volle, vollen Mond. Ähm. Schauspieler war das, glaube ich. Da. Blut und Gewalt. Erlittl. Das war standardmäßig. Laufgeschwindigkeit des Spielcharakters. So, wir machen es schneller. Und die Macht der Gesichtsanimation ist aufgedreht. Schutz des Spielers. Irgendwo kann ich doch einstellen, ähm, dass die Kämpfe kürzer sind, oder? Spielverlauf, glaube ich. Dauer der Kämpfe. Da. Nee, aber Dauer der Kämpfe. 2,5. Bei 2,5 verstehe ich, dass die Kämpfe dann länger dauern, oder? Nee, nee. Das wird, glaube ich, schon so bedeuten, dass 0,5 ist weniger. Okay. Ist Fallout nicht brutaler? Bestimmt ist das brutaler. Ich habe keine Ahnung. Mich stört einfach nur das Blut, weil es so viel ist. Und ich da nichts mehr sehe. Boah, der Auto-Aim ist geil. Ich habe keine Munition mehr, lol. Okay, dann gehen wir rein. Zack. Zack. Danke für die Heilung. Okay, chill. Hä? Das ist ein Gegner, lol. Bleib stehen! Ich glaube, ich habe eine Waffe eingesammelt. Ja, da ist die Waffe. Junge, was ist dieses Crossfire, Alter? So, da kommt noch einer. Irgendwie ist er hinter dem Gebäude oder so. Laut Minimap. Da ist er. Da ist der intensiver Mond. Hey! Haben wir ihn? Nee, der ist abgehauen. Digga, er läuft doch schneller jetzt. Oh mein Gott. Okay, er schreit da hinten irgendwo. Junge, ich messer den einfach. Ich messer den einfach. Okay, was genau mochte Deshka in diesem Spiel? Was genau mochte Deshka in diesem Spiel? Die Bubz? Nee. Der hat safe bestimmt auch die die nicht nackte Version gespielt. Weil er hat ja auch gestreamt. Du bist willkommen. Was ist dein Name? Ja, das Game ist gut, aber ich will wissen, was er daran gut fand. Kanta. Well, now we're acquainted. Why did you stay? It seems my bike is broken. Really? What does it matter? What are you thinking of doing? I will put out the fires here and go to the city. I'll look for a simpler girlfriend without fewer ill wishes. Was macht die da? Hat sie sich verliebt? I see. Goodbye. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwo einstellen kann, dass die die andere Sprache haben. Ob es irgendwie so eine Einstellung gibt. Audio, Stimmen, Nachhall. Wirklich dunkle Nächte. Aber ich glaube, das kann man nicht ändern. Nee. Du kannst auf Deutsch wechseln. Nee. Es gibt nur Englisch. Ja, und bei Deschke war das sogar auf Deutsch, oder was? Ich kann nichts mehr machen. Ah, jetzt. Ankita. Kanter, der General muss persönlich mit Ihnen sprechen. Okay. Ja, ich habe einige Quests verkackt hier. Mit Timmy habe ich einiges verkackt. Eine gemeinsame Inspektion des Raumes. Ein Bett zum Anfassen. Okay. Zwei Sachen verkackt. Ja. Okay. Getötete Feinde. Gefundene Geheimnisse. Was ist das jetzt? Und jetzt wieder zurück zu dem anderen Typen? Ja. Wir sind beim Arbeitsamt. We have been sitting here for half an hour. Maybe you will already gather your strength and go into this office. I'm not ready yet. I'm too nervous. I need to take my pills. While you're at it, you need to change into something civilized. We are not in the jungle. I don't see the difference. These are the most comfortable clothes to wear, if something happens. What could happen here? Don't waste time. Then we will go to Evona. She promised to introduce you to her friend. Of course, of course. I need water to wash down the pills. I'll be back soon. Man, ich spiele jetzt einen dritten Charakter mittlerweile, oder was? Wir haben jetzt drei Storys. I made an appointment with the dentist. You eat too much sweet food. My teeth deteriorate not from sweets, but from stressful work. I've been waiting for an hour for some PTSD jerk who needs to be fixed somewhere. Where do the normal recruits go? They deliver pizza or walk the dogs, and not everyone is capable of what we need here. I'll go get something to eat. If he suddenly comes, offer him something simpler. And if he is too picky, tell him to go to hell. Now there are vacancies in Lemuria. Someone is constantly needed. Tightly drop. Okay, buy me something. I have seen advertisements for this agency online a few times. I hope I can find a job for myself here somewhere far from this city or even abroad. Where Uncle Kim's pesky messengers won't find me. Okay, stark. Das in unserer Mission ein Job finden. Okay. Toilettenraum, Karten an der Wand, was auch immer. Ja, die Dialoge sind fürchterlich. Ähm, okay, warte. Bin ich gespeichert? Ich bin gespeichert, ne? Okay. Ähm, dann lass mal nochmal das Spiel nochmal beenden. Ausfahrt. Und dann schaue ich mal kurz, ob ich die, ob man bei Steam irgendwie die andere Version spielen kann. Ob hier irgendwas steht, dass ich die andere Version spielen kann. was... ... ... mh ... mh ... ... ... ... mh Community Hub Hast voll abgeschmerzt Diskussionen Ich mache in Diskussionen Old Version Suchen Oh mein Gott, da habe ich mich erschreckt Mein Gott, ey Das war das Jahr Ja, es ist reingekommen Okay, ich sollte nicht auf Screenshots gehen Nee, ich finde nichts Ja, wir sind gefangen in dieser Version Wir können nicht die andere tolle Version spielen Die bestimmt hundertmal besser ist Da hätten wir bestimmt dann gemerkt Wieso Dashka dieses Spiel liebt Ab wo kam das? Ausgereifte DLC Diese DLC fügt im Hauptspiel Leicht erotische Inhalte hinzu Die einige Szenen und Dialoge enthalten Die für ein Publikum über 18 Jahre geeignet sind Ach, das soll Major heißen Wahrscheinlich ausgereifte DLC Ist glaube ich Major DLC Ausgereifte DLC also Ähm Ja Es gibt keine andere Version Wir müssen die spielen Und nee Betas gibt es nicht Ja Ja, so ist einfach krasser als jedes Horrorgame Ja, die Tür Ist halt recht schwer Ins Schloss zu drücken Weil ich ja da so super viel Kram dran gemacht habe Damit sie ein bisschen schalldichter ist Und jedes Mal, wenn sie sie aufmacht Kommt halt ein lautes Geräusch Okay Windows-Taste geht jetzt nicht Ich stelle dir mal vor, dass der Dialog mit AI gemacht wurde Nee, nur ich glaube Die Übersetzung Die Das Voice-Over ist AI Weil das Spiel ist schon ein paar Jahre her Wo AI noch nicht so ein großes Ding war Und da war es glaube ich mit Text-to-Speech Sprich, er hat die Texte selber geschrieben Hm You know Okay Ob du dich daran jemals gewöhnst? Nee Was ist das jetzt schon wieder? Was sind diese scheiß AI-Bilder? AI hat Videospiele so kaputt gemacht, ne? Das ist auch beim Raussuchen von Trash-Games Man findet so viel AI-Shit, ne? Spiele, die komplett durch AI gemacht wurden Nicht nur irgendwie so ein bisschen Von wegen irgendwie so Ähm Voice-Overs oder so Sondern komplette Texte werden mit AI geschrieben Äh Das ganze Spiel wird komplett mit AI gemacht Und die sind halt nicht mal irgendwie Auf eine lustige Art und Weise Trashy Sondern die sind einfach nur Trashy Weil es kein Mensch mehr gemacht hat Nur Menschen können lustige Dinge machen AI kann keine lustigen Dinge machen Charakterlose Werke, genau Ich besitze alle Berufe Und dann gehe ich da Und wenn ich plötzlich Ich weiß, was zu tun Okay Ja, also Ein Typ bei der Beim Arbeitsamt mit einer Smoke-Granate Ähm Ich weiß nicht Ob ich hier noch sein möchte Lebet wohl Please, kontakt uns wieder Oh Ich kann sie nicht erschießen, ich habe keine Waffen Ich bin ohne Waffe Ich bin beim Arbeitsamt Wieso soll ich zum Arbeitsamt Waffen nicht bringen Ich habe keine Waffe Moin Ich baue einen Job Sitzen Er ist schüchter, der guckt auf den Boden Etwas einfacheres Die schwierigste und bestbezahlte Ich brauche ein paar Monate Ich brauche ein paar Monate Für ein paar Monate Ich brauche Vor allem an einer kurzen Arbeitgeber Ich kann euch einen sehr einfachen Job Karriereparcel-Delivery Die Hauptkondition ist Die Konten Die Produkte sollten nicht durch die Kusten Hey Spotless, danke schön für fünf Monate. Hmm, nee. Nein. Aber ich bin ein Schrauchter. Und warum sogar diese Frage? Vielleicht ist das eine Sprache, und sie haben etwas anderes gesagt. Hast du gearbeitet mit Elektronik? Nee. Ich habe wenig Erfahrung von Elektronik. Ist es ein hartes Arbeit? LEMURIA Investitionen ist für die Operator der Monitoring System. Nichts kompliziert. Wo ist es? Äquatorial, Afrika. Wir kriegen einen Job in Afrika? Und was muss ich monitorieren? Es sagt nicht eine Worte. Vielleicht die Beach, oder die Jungle. Es wird mehr und mehr interessant. Was ist die Anforderung? Die Anforderung ist in der lokalen Kürze. Dublonen. Aber es ist nicht weniger als 1.000 Dollar pro Woche für die Anforderung. Dublonen. Was? Dublonen. Das wäre zu wenig. Not too generous. Wann kannst du anfangen? Äh... Falsch? Was für ein Klammern? Falsch? Ich habe andere Vorschläge? Ich habe andere Offen. Ich brauche ein bisschen Zeit, um zu wählen. Ach so. Das ist eine limitede Zeit-Offer. Heute ist der letzte Tag. Ich kann heute Abend fliegen. Okay. Gut. Hier ist dein Ticket. Kompany Air-Afrika. Flight to Mumumba City. Du werden dort befinden. Ich sende deine E-Mail-A-Kontakt-Telefon-Nummer. Und ja, eine weitere Sache. Die Applikation hat gesagt, dass sie die Prologen disruptions der internationalen Telefon- und Internet in der Region. Also, erzähle deine Lieblenden, dass sie nicht zu worryieren. Entstanden. Und was ist der Name der Land? Das gleiche als der Fund. Lemuria. Ich habe es nie gehört. Sie haben immer etwas da erwähnt. Sie lernen immer alles. Du lernst alle Details auf dem Site. Das ist alles. Danke, dass wir unsere Organisation kontaktieren. Okay. Es ist Lemuria. Es ist geil, Mann. Es ist einfach geil. Ich gehe zum Arbeitsamt. Die fragen mich, äh, hast du Ahnung vom Militär? Nein. Hast du Ahnung von Elektronik? Nein. Okay, wir schicken dich nach Afrika. 1000 Dollar. Aber ich habe noch andere Ideen, die ich machen will. Der Flug kommt heute. Okay, ich steige ein. Fertig. Geil. Hallo. Ich habe einen Job gefunden. Wirklich? Woher ist es? In Afrika? Welcher Job kann es sein? Tidig auf die Dung der Elefanten? Nein. Ich habe eine Position von Monitoring-Systemen gefordert. Ich habe eine Position von Monitoring-Systemen gefordert. Das Szenario ist so scheiße. ein paar Monate? Ein paar Monate? Ein paar Monate? Du bist nie da, wenn ich dich brauche. Du brauchst nichts zu gehen. Schatz, ich habe endlich einen Job bekommen. Oh, und wo? Afrika! Leo geht nach meinem Platz. Wer ist das, Leo? None of your business. None of your business. Nein. Es ist mein Business. Leo ist das Ghoul von deinem Office? Es ist dich, der Ghoul. Und Leo ist ein normaler Typ. Oh, wirklich? Hier sind die Nachrichten. Er hat einen Lexus. Mhm. Er hat einen Lexus. Und Facebook-Aktien. Aber er wird bald der Head unserer Department sein. Das ist so. Und ich liebe ihn. Leo ist schon ein geiler Typ. Sie werden nicht lange zusammen sein. So. Ich bin sicher, dass ihr glücklich und sich liebt und sich liebt. So lange, dass er nicht aus Geld fliegt. Oh mein Gott. Fuck you. Okay. Fuck you. Some day I'll think about it with a smile. But not now. Ja, die hat jetzt mal so einen Schluss gemacht und die ist jetzt mit irgendeinem Schnösel Leo zusammen. Der Facebook-Aktien hat und einen Lexus fährt. Und bald Abteilungsleiter ist. Ich hasse den Leo. Ich habe einen Job in dem obskuren afrikanischen Lande Lemuria und habe mit meinem Mädchen gebrochen, bevor ich ging. Nichts ist frei. Nichts ist frei. Was ist das? Wirklich, ich habe was verkackt. Besucher, bisschen groß. Mittel zur Karte an der Wand. Der Juck. Es gab hier drei Geheimnisse. Und jetzt spielen wir wieder Kanter. Okay. Schicksalsräder. Nee. Hier ist alles voller Blut. Jo, was geht denn hier ab? Dich, ich komme nicht darauf klar, dass das Jobcenter mich nach Afrika geschickt hat. Wie bist du hierher gekommen? Wie bist du hierher gekommen? Ihr seid hier einfach gemein. Aber wir sind hier überall. Die Ambulanz blieb in die Tunnel, während der Doktor und ich hier hier gingen. Dann die Polizisten und Terroristen gingen weg, dann gingen alle Klasse. Und der Doktor? Probably died. Redet doch schneller! Das ist Tom und der kann nicht am Schusswechsel teilnehmen. Scheiß Tom, scheiß Versager. Okay, dann holen wir uns eine Waffe und dann Abfahrt. Ein Mann ist gerade aus dem Aufzug ausgestiegen und hat versprochen, mich hier halt rauszuholen. Tom leidet weiter und seine ganzen Hoffnungen ruht auf mir. Ich werde meine Taschen nach etwas suchen. Ich gehe mal auf die andere Seite. Ich glaube, links ist immer das Handy. So, zwölf Schuss Sturmgewehr. Junge, was ist diese... Das kann man ändern, ne? Der ist schon angenehmer. Ich sehe gar nichts. Ich sehe absolut gar nichts. Da hinten. Kann er jetzt auch Doge wollen? Hoppa! Noch ein brennendes Auto, Alter. Abfall. Von wo? Da. Bam! Wo? Ach, hier. Bam! Okay, die Waffe ist super stark. One-Hit alles. Bam! Bam! Junge, wieso ist hier so viel Nebel? Bam! Der überlebt. Bam! Oh, ich bin stark. Ich bin stark irgendwie. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Status der Schlacht. Wir sind noch ganz am Anfang. Der Balken steigt gar nicht. Junge, muss ich jetzt hier 50 Leute töten oder was? Was? Ich sehe halt nichts, ne? Ich kann nicht nach unten. Okay. Das ist eine unsichtbare Wand. Ähm, kann ich einfach stehen bleiben und die Jungs übernehmen das? Und wir singen ein paar Weihnachtssongs? Leben ist verfügbar. Sechs. Okay. Das freut mich, denke ich. Ah, ich muss zum... Ah, ich muss das Zielpunkt... Ich muss den Zielpunkt erreichen. Ah, ich dachte, das ist wie bei Kanta. Ich muss das einfach nur töten. Ach so. Ich bin dumm. Ich muss mein Auto näher zu der Juristin fahren. Ach so. Junge! Junge! Jo, einsteigen. Ja, ihr könnt einsteigen. Okay. Sie hat's verstanden. Ich bin stecken geblieben. Also, ich glaube, ich muss da parken, ne? Ja, ja, ich bin vorbeigefahren. Ich bin jetzt legit wirklich zwei Meter gefahren mit dem Auto. Okay, jetzt sind wir fertig. Jetzt kann ich hochgehen, okay. Robba! Okay, hier kann ich nicht hoch. Unsichtbare Wand. Aber, äh, der Progress ist immer noch nicht gestiegen. Hier ist überall Gas. Oder so. Ja. Der hat ein Kleid an. Ach, das ist zum Thema Cross-Dressing. Dieser Grenade-Launcher wird mir helfen, dass ich jetzt etwas mit dem Truck aufbauen habe. Der Poison-Gas. Jetzt ist das Gas nicht gefährlich für mich. Ich kann nachher schauen. Was passiert hier? Plötzlich ist das Gas nicht mehr giftig für mich. Jetzt ist das Gas nicht mehr giftig für mich. Moin! Ich habe keine Ahnung, wieso hier so viel redet. Ich glaube, ich durfte auch nicht durch das Gas durchlaufen. Ich glaube, ich musste irgendwas anderes machen. Aber ich habe irgendwie jetzt eine Quest oder so geskippt, weil ich da durchgelaufen bin oder so. Okay, ich habe es erledigt. I guess. Der Weg ist klar. Ich muss die Nürze und den Körner sagen, dass sie in mein Auto kommen können. Okay. Nee, hier gibt es keine Titten. Das ist kein Nacki-Dai-Game. So, komm dran! Ja, lass dir Zeit. Lass dir Zeit. Lass dir Zeit. Lass dir Zeit. Bös. Kann man jetzt fahren? Nein. Erreiche das Ziel, den Zielpunkt, wo ist denn mein Zielpunkt? Ging doch gerade nicht, ich konnte nicht einsteigen Ah doch, jetzt hier Der Typ entpuppte sich als harter Bursche und bringt uns jetzt in die Klinik Dank meines entschlossenen Handelns ist Tom noch am Leben und die Hoffnung auf seine Genesung Ach, das sind die Twitter-Posts, die sie macht Er hat ja gerade gesagt, oh du postest gerade halt alles ins Internet Ich glaube, hier kann ich nicht hoch, oder? Ich glaube, da können wir nicht weiter Ja, das ist die Treppe Treppen sind nicht für Autos Wir fahren hier lang, okay? Ich bin ein guter Autofahrer, okay? Aber du sollst mir auf jeden Fall keinen RPG in die Hand drücken Weiß ja nicht, du weißt es Du wolltest über die Treppe entkommen Das ist ein Videospiel Im echten Leben fahr ich dich mit dem Auto auf der Treppe Wie viel kostet das Meisterwerk? Äh, keine Ahnung, ich habe es for free bekommen, vor Jahren Da wurde es mir empfohlen Und dann habe ich es bekommen Aber ich habe es nie gespielt Junge, was hat mir der Dash geempfohlen? Die KI-Bilder waren damals noch nicht da Ich hasse die Musik so sehr in diesem Spiel, ne? Hey, woher weiß sie das jetzt? Tom, let's go, I'll take you to the ward Ah, ich bin so tired Ich darf da leider nicht rein Damals waren die Bilder noch handgezeichnet Handgezeichnete Strichmännchen Ah Der AI hat alles kaputt gemacht, ne? Jetzt kriegen wir AI-Titten Nicht mal die Tiddies sind mehr echt heutzutage, ne? Auch alles AI Stabil, Bruder Das muss ja massiv im Steißbein wehtun, ne? Verletzter Räuber Hey, Bro Hey, Bro Für mich ist es besser, alleine zu sein Ich renne nicht gerne in einem Rudel So, ich bin Alpha Was, ich bin kein Schakal? No, I'm a Hunter Was reden die da? Ich bin kein Schakal Ich bin ein Löwe, was? Ne, er ist ein Jäger oder so Digga, was geht hier ab, Mann? Was ist das für eine dumme Scheiße? Was ist eigentlich hier los? Boah, ich hasse die Musik so sehr Äh Okay Oh, Stephanie wird unsere neue Freundin Ich glaube, die zieht sich nicht aus Unusual Ist das so ein Ist das hier so ein Porno-Gespräch Wieso macht ihr jetzt ein Selfie? Das ist für meinen Blog Das ist für meinen Blog So habe ich es verstanden Hast du niemals fantasiert, das in einem Ort wie dieser Hier bin ich überall bereit Tolle Idee Great idea Don't take off those bloody clothes Then stop taking pictures Okay Is this thing height adjustable at all? Ah, I got it Wieso will die mit ihm bimsen Während er ein blutverschmiertes Hemd an hat? Sie hat gesagt, er soll das nicht ausziehen Deschke! Deschke! Was empfiehlst du mir hier? Was ist das? Was ist das? From the office center? Yes Got it Well, the basic features are worth it But the eyes are in different directions Hitten the head recently? I fired a grenade launcher indoors today An inhaled poison gas Impressive You should at least have a CT scan and a blood test So ein Macher If Mark brings up an appointment Then refer him to me I have an hour till I finish my shift In an hour you'll organize bed rest for him Until then do something Yes, Dr. Weiner Weiner Alex, let's go Alex, let's go Also hat die Macht die Onlyfans Die hat dann irgendwie Nacktfotos von sich gemacht Und ihm Für ihren Blog Das ist wahrscheinlich Onlyfans for Onlyfans Blogfans Ist was mit Dashke passiert? Ich hoffe nicht Aber Hiernach wird einiges mit ihm passieren Ich werde einen Beschwerdebrief schicken Da er aus dem Internet verschwunden ist Muss ich ihm das per Brieftaube schicken Dr. Weiner Was ist mit dem Typ da los eigentlich? Hat er eine Appointment? Natürlich nicht Okay Es ist leichter für mich zu tun, als zu mit Magda Anything metallisch in deinem Körper oder in deinen Pockets? Stefania, hier sind die Schläge zu meinem Auto Könntest du ein Bag von dort bringen? Sure, on it Now there's no metal Then lie down in the tomograph and try not to move How long does it take? About an hour Some even managed to sleep Wieso muss sie jetzt die Schlüssel holen? Would be good to Aber wieso holt er sie nicht selber? Sie arbeitet hier und der sagt hier einfach Yo, hol mal einfach meine Tasche jetzt Ich hoffe die Vögel jetzt auch, ja Den Tomographen habe ich auf Steam Screenshots gesehen Muss ein Highlight sein Muss jetzt nichts Besonderes passiert Ist dann, wenn wir die unsensierte Version gespielt hätten Hätten wir jetzt den dressierten Affen gesehen? Den dressierten Gorilla? Äh, wo ist Stefania? Wie ist meine Tomograph-Aufnahme genau? Das war mein CT-Scan The exact results won't be in until tomorrow But I can already see the effects of multiple compression injuries to the brain And some neurotoxin damage You may have hallucinations and spontaneous aggression Wow Wo ist Stefania? Wo ist Stefania? Wo ist Stefania? Was reden? Ich check dich mal das Gespräch So 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 Komm her jetzt So Komm her jetzt hier Ich kann den wegschieben Ich werde es lange dauern, um diese Maschinengun zur Polizei zurückzuziehen So Es kann trotzdem für mich Was ist da passiert? Einen wunderte Bandit, der in der Linie sitzt, versuchte die Anzeige, um die Pharmacy zu schrauben die sie einfach gemacht haben. Und dann natürlich haben sie einige der Loot benutzt. Klar. Ich habe irgendwie nicht aufgepasst, Shad. Was passiert hier? Shad, was passiert? Ich habe irgendwie nicht aufgepasst. Wieso greifen die mich alle an? Ich glaube, ich habe nicht aufgepasst. Was passiert hier? Ist das, weil ich den Doktor zusammengetreten habe? Die meinen, vorhin ist der Überfall. Aber wieso greifen mich die Mitarbeiter an? Und wie wehre ich mich jetzt? Ich habe keine Waffe. Einfach boxen oder was? Okay, die haben Angst vor mir. Scheiße Leute, er kann schlagen. Die rennen alle weg. Ich habe ihn. Ich sterbe. Ich habe jetzt eine Knarre. Die hat aber keine Munition, verdammt. Die haben mitbekommen, was du mit Stefania gemacht hast. Wieso rennen die denn immer weg? Ich bin gar nicht tot, er kämpft weiter. Ah, jetzt bin ich tot. Leben ist verfügbar 2. Ach du Scheiße, ich kann Game Over gehen. Komplett oder wie? Was ist das für ein fürchterliches Spiel? Das ist für ein fürchterliches Spiel. Holy Shit. Ohohoho. Ich habe wieder ein extra Leben bekommen. Ich weiß nicht, was in diesen Botteln ist, aber ich hoffe, dass es etwas sehr schützhaft ist. Ich muss sie versuchen, an die verrückten Ordnern zu lassen. Und jetzt muss ich die irgendwo hinwerfen. Hier ist ein Besen. Ich dachte, das wäre eine geile Waffe oder so. Ich glaube, dass ich den Boden der rebellischen Ordnern zu erklären habe. Es ist Zeit, mit Dr. Weiner zu sprechen. Ja, die rebellierenden Krankenpfleger. Er meinte ja irgendwie, dass die Krankenpfleger hier keine Disziplin haben und tun und lassen, was sie wollen. Und das ist wohl das, was sie tun und lassen wollen. I guess. Ja, das war irgendwie ein Streik. Die Mitarbeiter wollten streiken. Du bist hier wieder. Hast du einen CT-Scan bekommen? Ja, wo ist Stefania? Diese leistige Aktin. Warum brauchtest du sie? Elisabeth hat gebraucht. Und es ist gefährlich, hier alleine zu gehen. Sie hat sich gebraucht. Sie hat sich gebraucht. Sie hat sich gebraucht. Sie hat sich gebraucht. Sie hat sich gebraucht, um zu erklären, wo ihre gesamte Ambulanz-Team mit dem Auto zu gehen. Wo ist es? Der letzte Korridor in der rechten Runde. Und wo hat sie diese Männer überhaupt finden? In der Warteschlange für den Job. Arbeiten in einer Emergency. Ist sie eifersüchtig? Ist sie eifersüchtig? Ist da gerade ein bisschen so eifersüchtig gekommen? Ja, sie so, wo lernt sie überhaupt solche Männer wie dich kennen? Er so, ja, in Emergency. Und die so, ähm, ich arbeite auch in Emergency. Ich glaube, die ist eifersüchtig. Wer bist du jetzt? Ach, das ist Anna! Bist du der Typ, der mit Stephanie auf dem letzten Broadcast war? falsch. Stephanie war der Typ, der mit mir war. Natürlich. Der Heroin und der Philosophin. Genau. Was passiert hier? Was passiert hier? Es ist mehr Spaß mit zwei Leuten. Ich weiß bereits, dass du nicht für eine Antwort nimmst. Okay, los geht's. Ich muss Barbara zum Zahnarzt nehmen. Ich hoffe, dass es nicht zu lange dauert. Wieso muss ich jetzt Barbara zum Zahnarzt bringen? Und zwar zwei Räume weiter. Ich mag nicht, bei den Zahnarzt gehen. Ich fühle mich in diesem Zahnarzt mit meiner Mund öffnen. Weil sie sonst verloren geht. Ich arbeite hier aber nicht! Glückliche Zahnarzt, ne? Ich erinnere mich, dass du nicht zu schützen und mit deinem Mund öffnest. Glückliche Zahnarzt. Ich bin glücklich, dass du so reagiert hast. Ich habe heute gesehen, dass du und Stefanies Broadcast gesehen hast und entschieden habe, dass ich diese Schwierigkeiten in mir muss. Eine kommentierende Entscheidung. Bitte nimmst du was, was ich euch ehrlich erzähle. Das bedeutet viel für mich. Sie sollten auf diesem Stuhl Sex haben. Und wenn ich es aus einem anderen Blinkfilke sehe, wird sich meine Einstellung ändern. Was ist eigentlich Dashkes scheiß Problem? Wieso hat er mir dieses Game empfohlen? Das ist ein sehr schmeißelhaftes Angebot. Wir werden niemals in Lemuria ankommen, ja? Um Barbara von ihren Ängsten zu befreien. Was war das jetzt? War das wirklich passiert? Oder war es eine der Hallucinationen, die Dr. Schliemann mich überrascht hat? Woher kommen jetzt wieder alle her? Woher kommen jetzt wieder alle her? Was? Juuu! Ah, ich check es jetzt. Das ist ja wirklich wie Halo. Ich habe eine blaue Leiste, die sich auflädt wie ein Schild. Und erst wenn das Schild leer ist, dann verliere ich Leben. Aber das seht ihr gar nicht. Das ist hinter der Kamera. Zeige ich euch auch nicht. Das behalte ich für mich. Yo, MTX! Vielen Dank für 10 Subs. Holy shit, vielen, vielen Dank. Oh, okay. Wo kommt ihre Waffe her? Okay, gut. Ich habe ja aus Barbara die Angst rausge-fackt. Jetzt kann sie mitkämpfen. chr-fackt. Ich habe ja ausgedreht die Angst an der Schild. Ich habe das mitkämpfen. Ja, ich glaube eigentlich liegt der im Thermoch-Therm-Therm-Therm-Therm-Therm-Therm-Therm-Therm-Therm-Therm-Therm-Therm-Therm-Therm-Therm-Therm. Mostat, genau. Er liegt im Thermografen, oder wie das Ding heißt. Und er träumt das alles. Und dass er nach Afrika muss, weil er das Jobangitur dahin geschickt hat, war auch noch ein Traum. Ich hab keine Munition mehr. Kann ich seine Waffe haben, bitte? Leben verfügbar, 4. Oh, ich hab die Waffe bekommen. Nice. Wird der Stream-Sensor auf YouTube hochgeladen? Ja, wir haben bisher nur einmal Tiddichs gesehen. Die Zensur ist ja nicht so schwer. Also das wird auf YouTube kommen, klar. Ich muss mich nur dran erinnern, dass ich das nicht vergesse, kurz rauszukutten. Wer bist du? Ich schaue Stefania. Ja, sie war hier. Sie hat eine schreckliche Geschichte über einen Schuss in einem Untergrundparkingplatz und went to the second floor. Ich hab keine Ahnung, wo Dr. Wiener ist. Was ist kein Mädchen? Sie hat das Leben eines Mannes. Ist das kein Mädchen? Es ist kein Mädchen. Ach, Märchen. Oh, ich sag Mädchen. Sie haben die gesamte Pharmazie verholt. Wer wird es bezahlen? Lucy, stopp moaning. Ich habe genug auf meinem Platt. Ich werde hier rauskommen. Lucy, stopp moaning! Ja, Lucy. Hör auf zu stöhnen. Wir müssen auf den zweiten Fluss gehen. Noch ist sie nicht am stöhnen. Noch nicht. Aber das werden wir gleich noch ändern. Oh nein, da ist die nächste, Chat. Da ist die nächste. Der Elevator ist aus Ordnung. Und das ist nicht das Hauptproblem hier. Bist du nicht überrascht, was du rundherum sehen? In meinem Hausland? Ich habe Dinge gesehen. Es ist gefährlich hier. Ich bin wunderschön. Ich muss nach Stallman auf dem zweiten Fluss gehen. Wer ist das? Ein Bump von der Stadt Hall. Er wird hier für Depression behandelt. Er beatet Kaviar mit Champagne in der Pfanne und schützt sich an der Kosten des Stadtbundes. Ich beginne zu verstehen. Komm, ich muss da auch gehen. Ich habe echt einen schweren Job, Mann. Ich muss mit so vielen Frauen Sex haben, ey. Ich habe echt einen schweren Job. Aus allen muss ich die Angst rausvögeln. Sparen. Ja, ich spare. Okay. Steffania. Ich habe die Nürse Stefania. Sie schützt wahrscheinlich durch die Pfanne und schützt sich an einen Teilzeit-Job. Und rechtlich so. Sie ist nicht eine große Nürse. Stoned Orderli. Sie sind in der Mitte der Fluss. Sie haben alle Stefania. Die Drogen und Verwaltungen sind typisch der höheren Klasse. In jedem Fall, musst du hier rauskommen. Das ist kein Problem für mich. Ich kann einen Reskuhelikopter an allen Dingen. Wahrscheinlich. Warum setze ich für ein Taxi? Nina, lock die Tür hinter mir, damit keine höheren Klasse in kann. Ich hoffe, du findest sie. Diese scheiß armen Leute mit ihren Drogen. Wer ist das denn schon wieder? Etwas Klügeres fällt ihnen nicht ein, so. Es ist schwer, mit diesen Problemen zu leben. Wenn ich schreckliche Fantasien hatte, wäre ich wahrscheinlich Angst, das Haus zu verlassen. Psychiatrist, drei Mal pro Woche. Ich verstehe. Und was hat er dir gesagt? Different pills, aber mostly sex, und mit ihm. Wie kreativ. Aber der Psychiatrist ist nicht hier heute. Er ist weg. Das ist warum es keine Pils gibt, und es nur ein Mann in Blödy-Panz in der ganzen Welt ist. Und die Abyss wird es langsam aufhörblich 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 aufhörblich. Aber was hat Dashki mir da für ein Spiel empfohlen? Du bist lustig. Ich werde dich um ein bisschen länger folgen. Wenn es eine Hallucination gewesen wäre, ist jede neue, ist noch mehr schmerzhaft als die letzte. Jetzt muss ich Stefania finden. Aber bevor ich das mache, muss ich die Ordnerinnen auf dem Boden aufhörblich 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 aufhörblich. Wieso sehe ich... Oder kann ich ihre Klamotten anziehen? Wieso habe ich ihre Klamotten im Inventar? Oh, Leute, sie zieht sich aus. Ich dachte, wir haben Cross-Dressing ja an. Ich dachte, ich kann jetzt ihre Klamotten anziehen. Deshalb habe ich sie im Inventar. Aber wenn ich sie anklicke, dann zieht sie sich einfach aus. Und ist straight up nackt. Okay. Moment mal. Was ist, wenn ich ihn ausziehe? Oh, okay. Männer darf man nicht ausziehen. Ich kann seine Hose nicht ausziehen. Ja! Was habt ihr euch nicht angezeigt? Ich habe gerade welche gehört. Wurden sie nicht angezeigt? Okay, was machen wir? Er fliegt in die Luft! Ah, Lisa, danke schön für drei Monate. Und Toasty, danke schön für 14 Monate. Ich habe dazu nichts gehört, weil ich gerade kurz vor dem Spiel überfordert war. Ich sterbe. Ich verliere die ganze Zeit Leben. Ich verliere die ganze Zeit Leben. Ja, weil die streiken, die rebellieren und das ist der untere Stand oder so. Die sind alle arm und drogenabhängig. Ich denke, ich habe es geschafft, die Flieger der rebellischen Ordnung zu entfernen. Es ist Zeit, Stefania zu finden. Und Alice hat sich verliessert. Ich habe es nicht angezeigt, ich habe es geschafft. Ich habe es in der Mitte. 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 Er ist so krass, er tötet mit seiner Vorstellungskraft, ja. Er greift einfach mit Fantasieren. Ja, Digga, hier ist eine Wand. Was ist dieser Pfeil? Nee, ich wohne nicht in Lemuria. Stefania ist unterm Bett. Okay, Stefania will das aufhören, plötzlich. Das ist so ein Wrestling-Outfit einfach, oder? Ich musste unter dem Bett schlafen. Du hast das richtige Ding gemacht. Aber jetzt ist es Zeit, um zu gehen. Gehen wir zu deinem Auto? Ich mag die Situation auf dem Bodenfluss nicht. Es sieht aus, als ob es noch ein Schuss auf der Straße gibt. Also was tun wir tun? Ich habe Stahlmann aus dem VIP-Rum. Er kann einen Helikopter nennen. Bist du sicher, dass er uns mit ihm bringt? Wenn nicht, dann muss ich ihn überzeugen. Du kannst nur auf den dritten Fluss kommen. Es gibt ein infektiere Krankheit, und die Tür ist immer lockt. Warum? Es gibt Patienten mit Manila-Fungus. Es klingt nicht intimidekend. Ja, das klingt nicht so. In fact, das ist eine schreckliche Krankheit, die alle Organs, including das Gehirn. Und? Es gibt Ruhmungen rund der Klinik, dass auf der letzten Stelle das Fungus beginnt, die Körper des Vektors. Deshalb greifen die an, die sind nicht am Streiken, oder weil sie Drogen wollen. Es gibt ein Virus. Das ist aber auch ein komplexer Plot. Das ist aber auch ein komplexer Plot. Ja, es ist ein super weird. Ich gehe ins Krankenhaus so, und auf einmal greifen uns alle an, weil sie streiken. Dann kommen plötzlich Obdachlose, weil sie Drogen wollen. Stefania Baby, nicht vergessen, dass mein Katt mein Katt fügt. Klar. Wir müssen die Klinik auf die Tür auf den dritten Fluss finden. Es ist wahrscheinlich am Kopf des Surgical-Departements. Erst müssen wir in ihrem Büro schauen. Zombie. Ich kann nicht mehr treten. Ja, und irgendwie erst kommen so, auf einmal werden wir angegriffen von Mitarbeitern, die irgendwie streiken. Und deshalb greifen die uns jetzt random mit Pistolen an. Dann kommt irgendwie der Unterstand, der Drogen will oder so, greift uns an. Dann kommen wieder irgendwie streikende Leute. Und wir müssen jetzt irgendwie mit einem Helikopter hier fliehen. Und jetzt wird revealed, jetzt ist der große Plot-Twist. Die greifen uns eigentlich alle an, weil sie irgendwie einen Parasiten, äh, Parasiten, irgendeine Krankheit haben. Irgendeinen, so ein... Neices Setup. Irgendeinen Pilz im Gehirn haben oder so, der die kontrolliert. Und zwischendurch müssen wir Sex haben. Da ist er. Äh, sie. Time to crawl out from under the bed. Junge, bitte warte, schneller. What do you want? I need a key to the third floor. Are you crazy? There is a dangerous infection. Ah ne, da oben ist erst eine Infektion. Hier unten haben wir wirklich einfach nur gegen... Obdachlose und gegen Mitarbeiter gekämpft. Die Kranken sind alle oben. Möge es dir egal sein! Vibe! Das ist der Dix. Don't worry about it. I will decide for myself, what I should do. Here, take this key. If you see Dr. Ramessi, tell him to contact me. Certainly. Wir haben jetzt wieder angegriffen. Möge es dir egal sein, Junge. Ah. Wer ist denn der Bruder? Sam! Ah! Hubschrauber. Hubschrauber. What about the helicopter? A place in this helicopter still needs to be earned. Perhaps. What needs to be done? You need to arrange a safe route for me to the roof. Are there any dangers there? Nobody cares about you while dangers follow me around all the time. Sure. Stop wasting time. Go and do what you need to do. I will wait for the phone call that the helicopter has departed and I will also go up there. Ich mag seine Schuhe. Die sind cool. Serious equipment. The life and health of a politician is the main value of modern society. I have heard other opinions. Nobody cares about the opinions of your slum friends. I got the key to the third floor. So this floor is locked. Not surprising. There is now new expensive modern equipment. Where does this information come from? I am the head of the medical committee at the mayor's office. The reconstruction of the third floor of this clinic was carried out under my supervision. Mich dünkt es, mich dünkt es, dass er arme Leute nicht mag. Then I am calm for both medicine and the third floor. Ich glaube, Frauen tragen dann nur bauchfrei. Ja, die müssen bauchfrei tragen. So können sie sich schützen vor dem Virus. Und die einzige Heilung ist Sex. Wo ist eigentlich Kanter? Wann dürfen wir wieder Kanter spielen? Ja, ich impfe sie. Junge, dass oben ist einfach hier ein Gefängnis oder was? Was steht da? Don't. Ich kann die Kamera noch nicht drehen. Don't go in there. This is hell. Geiles Krankenhaus. Chill ich hier. Also ich mach dir erstmal Fotos von der Wand. Ich habe gehört, dass die Renovation hier nicht vorbei ist. Aber ich dachte nicht, dass es so weit von der Bekündigung war. Ja, das ist ein Kind von Prisod. Das habe ich auch gesagt. Der Helikopter ist bereits in der Luft und du bist noch in einem Platz stehen. Ich hasse Sam. Ich versuche nur, was dieses Platz ist. War es renoviert? Ja, according to the project of one brilliant, aber alas insane Yugoslavian Architekt. Ich, äh... Ich will ihn in den Augen sehen. Es ist unmöglich. Er ist weg. Es gibt irreversprechende Räume, dass former Compatriote ihn gefunden haben und ihn in minzten Sausage. Bock, Wurst, Hackfleisch. Genau, genau. Ein familiarer Architektur. Das erinnert mich an das Haus. Du sagst, du brauchst eine selbere Route zum Rücken. Also, es gibt ein paar gefährliche Spiele. Du musst alle infektionspatienten aus meinem Weg nehmen. Und ein einfacher Weapon holen. Du wirst sie nicht von einer Maschine-Gun. Ich glaube, ich glaube, Dashka hat damals ein komplett anderes Spiel gespielt. Oh nein. Dashka hat alle Videos offline genommen? Der hat alle Videos offline genommen. Scheiße. Wir können das Lemuria-Video nicht mehr sehen. Aber ich kann mich an das, was er dort gespielt hat, kann ich mich an etwas ganz anderes erinnern. Der war die ganze Zeit in so einem komischen Metal Gear Solid 4 Wüstengebiet unterwegs. Warte, war das auf deinem zweiten Channel? Auf deinem Main Channel hat er irgendwie alles offline gestellt. Nee, auf dem zweiten Channel ist es nur Minecraft. Das war Safe Afrika. Ja, aber der meinte, der hat nicht so viel gespielt. Er meinte, er hat irgendwie nur eine Stunde oder so gespielt. Und da war der auch schon in Afrika. Wieso bin ich noch nicht in Afrika? Junge, ich kann die alle ausziehen. Yo, Abfahrt. Ich könnte dieses Bate benutzen, um aggressiv Patient zu verbreiten. Auch, ich muss ein Augenblick auf Stefania halten. Sie ist sehr nervös. Feinige Scheiße, Junge. Was? Was macht die da? Hast du sie geslappt? Nein, immer wenn ich E drücke, dann macht sie irgendwie ihre Hand vorm Bauch und es kommt so ein Slap-Geräusch. Pull yourself together and let's go. Pull yourself together and let's go. Pull yourself together and let's go. Ach, du meinst, er schlä... Also, man sieht die Animation nicht, aber er würde sie slappen, quasi. So, von wegen, reiß dich zusammen und dann slappt er sie. Ah, hier geht's rein. Okay, doppelt aufmachen. Kannst du Sam den Anzug ausziehen? Äh, nee, Sam nicht. Ich kann nur ihr jetzt was ausziehen. Ey, wo ist meine Waffe? Also, quasi immer die Charaktere, die mit mir zusammenlaufen sind, äh, zusammenlaufen, die kann ich ausziehen. Was macht der denn mit ihr? Hey, du, was machst du? Ich will heal. Ich kann heal. Ich werde heal. Dr. Miller, was ist die Sache mit dir? Dr. Miller, was ist die Sache mit dir? Äh, ich bin mir nicht sicher. Die scheint so auszusehen, als hätte sie nichts an, aber die ist irgendwie nicht textuiert. Ich brauche einen Schlüssel. Textuiert, sagt man das so? Modelliert, textuiert, ihr wisst schon. Boah, krasses Gameplay. Kannst du bitte die Schnauze halten? Sie schreit richtig beim Fotos machen. Nyaaah! Ohohoho, ein Chef! Was geht mit ihm ab, Alter? Der geht ja mit dem Baseballschläger komplett ab. Auf einmal Anime-Charakter geworden! Inventar wurde geändert, wieso? Okay, da wurde irgendwie nichts geändert. Jo, wohin rennt die? Die ist weggegelaufen! Boah, der Typ geht komplett ab. Okay, da komme ich nicht rein. Ich brauche einen Schlüssel. Ich habe mich verlaufen. Ah, da ist sie. Sie mit ihrem Scheiß-Handy. Pack das Ding weg! Mann, die Jugend von heute aber auch, ey. Was machst du hier? Bist du ein Anästhesiologist? Ja. Ja. Ich brauche Chloroform, Vinylchloride und Chlorhexine. Ich bringe es dir. Wieso ist das so cool? Das ist ein ganz entspannter Typ einfach. Ah, das ist Nina! Es ist Lack, du Vollidiot. Ich brauche einen Anästhesiografen, einen Anästhesiografen und einen Ocelometer. Ich bringe es dir alles zu dir. Sitz nach unten und resten für heute. Ey, deutsche Version gibt es nicht mehr. Die wird ersetzt. Es gibt nur noch die hier. Ah, die kommt aus Bosnien. Hey, schau mal an mich. Heute hast du einen Tag aus. Du hast morgen alle die Operationen. Mint-Meat-Ball. Fleischbärchen mit Minze. Die Infection penetreert durch die Nähle und Züge. Kann man zurückpatchen? Ist das kompliziert, zurückpatchen? Alex, es ist kein Gehörer, mit ihm zu sprechen. Es muss ein Gehörer-Keyen irgendwo sein. Gehörer-Keyen, Züge, Fingern, Augen, Haut und interne Organs müssen die Patientin heilen. Alex, nicht mich hier. Ich werde zurück. Ich werde zurück. Ich komme, Nina. Ich rette dich. Ich komme, Nina. Kannst du mal das Brustgewicht ändern und nochmal gucken? Ganz normale Frage. Ich denke, alle Patientinnen sind kalt. Ändert sich das nicht? Ich weiß doch auch nicht, wieso wir nicht hier in Afrika sind. Der Fall zeigt mir die Richtung. Ja, die haben uns angelogen. Ich brauche einen Gehörer. Was ist das für ein Labyrinth hier? Ich brauche einen Gehörer. Oh, jetzt können wir es von der anderen Seite sehen. Natürlich. Junge. Ich brauche einen Gehörer. Ich brauche einen Gehörer. Tabelle? Inventar? Da war ein Schlüssel. Aber nicht für hier. Ich habe irgendeine Tabelle gefunden. Muss das dann über das Steam Command machen? Schick mal. Was für ein Command muss ich eintragen? Ich brauche einen Gehörer. Ich brauche einen Gehörer. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Schwierig zu erklären. Ja, du musst ja nicht erklären. Dann kannst du mir einfach nur den Command schicken. Den ich eingeben muss. Und dann gebe ich den einfach ein. Und dann haben wir es. Dann haben wir die coole deutsche Version. Ich brauche einen Gehörer. Digga, wo finde ich denn hier Schlüssel? Moin, Sam. Du hast nicht mal die Konsole, um das einzugeben. Bisschen Erklärung, bräuchst du sie schon. Welche Konsole? Ich habe eine Playstation 5. Was ist denn mit Nina? Ein Doktor kam aus der Tür. Er hat ihr 200 Dollar gefordert. Und sie hat sie mit ihm verlassen. Und du hast sie nicht verholt? Was ist das für mich? Sie ist bereits eine adulte Mädchen. Was ne Scheiße. Ja, ich dachte auch, es geht um die Startup-Commands da. Aber es geht wohl um irgendeine Konsole. Ich glaube, die Schlüssel sind halt nicht auf der Map markiert. Ich muss die halt irgendwie... Also vorhin war ein Schlüssel bei einem Laptop. Soll ich dir das wispern? Äh, nee, kannst du ja einfach in den Chat reinschreiben, I guess. Oder ist da ein geheimer Quellcode versteckt? Den niemand wissen darf, weil du ihn programmiert hast. Digga, wo ist der scheiß Schlüssel? Muss ich den Schlüssel vielleicht benutzen? Nee, ne? Da ist ein Schlüssel halt. Aber wie benutze ich den? Es geht um die Startup-Commands. Du kannst von jedem Spiel, es sei denn, es wurde explizit unterbunden, eine spezifische Version des Depots, basically Spielversion, runterladen. Das musst du durch die Steam-Konsole starten. Wo ist die Steam-Konsole? Ich brauche einen Schlüssel. Ich kann es nicht benutzen, ne? Nee. Ich denke mal, er wird den Schlüssel automatisch benutzen. Okay. Warte, wo wurde denn gespeichert? Ich kann halt nicht selber speichern, oder? Ich würde gerne halt selber speichern. Aber es geht, glaube ich, nicht. Ja, wir müssen erst dieses Kapitel baden, dann können wir das auf Deutsch versuchen zu stellen. Zu patchen. Aber dafür muss ich die verdammten Schlüssel finden. Das geht 20 Stunden? Nein. Lüg nicht. Hier. Ich habe Schlüssel gefunden. Da war wieder ein Laptop. 20 Stunden, bis man im Lemuria ankommt. Da, ist noch ein Laptop. Ich hoffe, das ist der Schlüssel zum Office, wo der Vivisector-Doktor sich selbst lockt hat. Nice, wir können rein. Sie macht ein Foto nebenan. Ja, ich mache ein Foto. Ich bin so glücklich zu dir. So glücklich. Let's put the gratitude aside. How are you? Mostly okay. I'll work it out later. Then let's get out of here. Where did this freak put my clothes? Maybe in the closet. Der Scheißmaul. So, wird das jetzt gespeichert? Ne, ne? There's only some dirty scum here. Well, at least this... Dann können wir ja weitergehen. Hab ich jetzt zwei Begleiter? Okay. Gehen wir wieder zurück zu Sam? Da komm ich aber noch nicht rein. So, ich hab alle. gefunden. We're wasting time. Ne, okay. Ich muss doch woanders hin. Wahrscheinlich hier die Tür 3, ne? Schlüssel für Tür 3 finden. Ja, dann suchen wir weiter nach PCs, I guess. Oh, Nachttisch? Da war ein Schlüssel drin. Okay, es können auch in Nachttischen sein. Ich muss generell zu allen Möbeln mal rangehen und schauen, ob man mit denen interagieren kann. Ich brauche ein Schlüssel. Hier ist Tür 3, da steht er hinter. Also, man kommt auf die andere Seite schon auch so. Digga, wie viele Schlüssel brauche ich? Hier, hier habe ich schon gecheckt, ne? Kommt, geht hier vielleicht jetzt auf? Digga, ich habe doch fünf Schlüssel oder so. Warum haben wir so wenig an? Ich dachte, das ist cooler, wenn wir oben ohne rumlaufen. Das ist halt hellenhafter irgendwie und männlicher. Äh, nee, ich bin nicht interessiert daran, Asi-Spots zu spielen. Das ist mein neues Asi-Spots. Dann sollen Frauen doch auch oben ohne sein. Ja, so funktioniert die Welt nicht, Armee. Der Mann darf oben ohne sein, ich werde nicht gebannt. Ist die Frau oben ohne, werde ich gebannt. Ah, hier. Von der Seite komme ich rein. Ich weiß nicht, dass ich Sie nicht wissen. Ich bin jetzt nicht. Ich kann mich nicht sehen. Dr. Ramsey, ich bin Steffania, ein Nurse in der Internal Medicine Department. Und das ist mein Freund Alex, ein sehr guter Mensch. Du solltest nicht hierher kommen, ein Nurse und ein guter Mensch. Der Fungus ist sehr beeinflusst, und die Konsequenzen sind schmerzhaft. Es gibt eine Rebellion von Ordnerlern in der Klinik. Wie sie hinten steht. Ein Helikopter sollte bereits warten. Alles geht ins Abiss. Ich habe alle Outer-Doors lockt. Aber jetzt macht es keinen Sinn. Der Schlüssel ist in meiner Tasche. Geh es dir selber. Danke. Es ist Zeit für Stallman zurück. Geh ihn auf den Rücken und flieg weg. Okay, nice. Und dann sind wir raus. Ach komm, halt doch deinen Maul. Und dann sind wir raus. Wird gespeichert, können raus aus dem Game. Dann laden wir den Deutsch-Patch runter und dann spielen wir auf Deutsch. Aber ist es dann überhaupt noch dasselbe Spiel, wenn wir es so weit downpatchen? Ich habe dir nicht gesagt, dass du mit meinen Schmerzen interessiert hast. Was ist denn? Das ist Mary. Sie hat gespeichert, dann hat sie ins Krankenhaus-Dieses-Departement verbezahlt. Und was ist deine Diagnose? Ich bin nicht ein Doktor, um zu diagnostizieren, aber in meiner Meinung ist es der letzte Phase. Und es gibt nichts, was wir tun können, um zu helfen? Nein. Geheimnis auf den Dicken, eins von vier. Weil ich glaube, das war auch ein komplett anderes Game, Mann. Ich kann mich erinnern, dass Dashka was ganz anderes gespielt hatte. Ich gucke mal, ob es auf YouTube altes Gameplay gibt. Gleimurier Game. Vor zwei Jahren. Vor drei Jahren. Machen wir das vor drei Jahren an. Who would doubt that? Nee, es fängt bei ihm genauso an wie bei uns. Auch in der Küche. Ja, wenn die Safe-States dann nicht funktionieren, haben wir ein Problem. Kann ich dann wieder zurück zu dieser Version gehen und weiter mit meinen Safe-States spielen? Die letzte Version mit der deutschen Stimme ist vor vier Monaten. Wir probieren es einfach aus. Der Weg ist frei. Der Weg ist klar. Es wäre so lange vor. Lied mich. Ich habe noch nie Spiele gedown-gepatcht auf Steam. Ich brauche eine Schlüssel. Was hat er gerade gesagt? Achso. Ich habe noch nie Spiele gedown-gepatcht. Ich weiß gar nicht, wie das dann ist mit Safe-States. Ob das dann normal ist, dass man dann Safe-States nicht mehr laden kann. Oder ob das bei jedem Spiel etwas anderes ist. Es ist normal, dass es nicht funktioniert. Ja gut, dann brauchen wir das nicht zu machen, oder? Außer wir laden uns ein fertiges Safe-State runter. Mit Chapter-Auswahl. Aber ich bezweifle, dass wir zu diesem Spiel ein Ding ins Finden. Ein Safe-State. Digga, ich weiß nicht, wohin. Ne, neuen Run auf gar keinen Fall. Ne, neuen Run auf gar keinen Fall. Who is here? Remzi, Remzi. Remzi, how did you come to this? Stalman, is that you? Came to admire the results of your machinations. What are you talking about, buddy? The merit in everything good is only mine, and the fault for everything bad is only yours. You stole the renovation money. As a result, I got a floor without finishing and plumbing. Jungen, der redet so langsam, ich hör dem gar nicht zu. What yacht? I don't know any yacht, and you'd better be silent. You also got your share. I will not be silent. I will tell everyone. Who are you going to tell? You won't live to see tonight. You will die as a hero in service. And then a commemorative plaque with your name will be hung on the wall of the clinic, and I will run for mayor. Damn you, Stalman. Poi, go to the roof and see if the helicopter has arrived. And here I have to finish the conversation with an old friend. Neugier über die Yacht. Dreistigkeit. Du bist doch ein Dieb. Okay, ich muss aufs Dach. Neugier. Before going anywhere, I would like to know more about your yacht. This is an excellent ship suitable for long sea voyages. Stalman has a yacht suitable for long sea voyages. Ja, wichtig. Das war eine wichtige Information, Chad. Er hat eine Yacht, damit wir lange Fahrten im Wasser machen können. Wissen wir Bescheid. Geheimnis aufgedeckt. Stalman hat eine Yacht. Sales von alten Versionen gehen bei neueren, Sales von neuen zu alten kann nicht funktionieren, da gewisse Dinge fehlen. Ja, dann ist egal. Dann spielen wir weiter auf Englisch. Ich bin die ganze Zeit am Sparen. Junge, was eine Scheiße. Er ist tot. Ich soll einen Helm mitnehmen? Krieg ich jetzt einen Helm? Ich hab einen Helm. Jetzt sind hier bald Gegner wieder. Stalman! Keine Ahnung, wieso jetzt wieder Terroristen hier oben sind, aber Plot. Terroranschlag abwehren. Gute Quest. Wir können eine Tierliste am Ende machen, ja. Mit allen Games. Ja, komm, ich bleib einfach am Hubschrauber und warte, dass die kommen, ne? Ey, Moment, ohne mich? Ich hab nicht. Ich hab nicht zugehört, worüber die geredet haben, aber wieso fliegen die ohne mich? Ja! Okay, ganz hinten bleiben kann ich auch nicht. Junge, der Recoil. Ohohohohoho, wieder ein Lach. Das ist ein richtiger Terroristen-Lache. Das ist grad nicht angeschossen, ne? Arschloch. Ah! Ich sehe keine Terroristen. Ich muss Harry sagen, um den Helikopter zu nennen. Ach so, und jetzt ruft er den Helikopter wieder zurück. Und er kommt jetzt wieder zurück. Geiles Geräusch macht der Helikopter. Ey, du hast es geschafft. Was ein scheiß Kapitel. Aber ich hatte zweimal erfolgreich Sex. Der Sturm kommt. Lass uns hier rauskommen. Das Geräusch, ey. Klingt ein bisschen wie GTA San Andreas Auto. Ich bin jetzt Gary, er ist Harry. Wieso ist er auf einmal Gary? Nina, ist alles in Ordnung? Ich sehe, die Anästhetik hat angefangen, zu zurückzunehmen. Was? Ich habe endlich aus der klinischen Klinik rausgekommen. Jetzt muss ich nach Hause gehen, verändern und lassen Stefanie dort. Damit sie mich nicht mit ihren Informationen verhindern. Ich könnte sie mit mir zu Lemuria nehmen. Wenn ich das Geld für ein zweites Ticket finden könnte. Und dann hätte ich mein Passwort bekommen. Bezüglich an Uncle Kim. Es wird eine schwierige Konversation sein. Und ich sollte diese Polizei mit mir bringen. Der stetschere Humpf des Helikopters, alles was in den letzten Stunden passiert, hat mir die Erinnerungen zurückgebracht, was mehr als ein Jahr vorhin in Afandistan passiert. Was für Afandistan eigentlich? Boah! Alles geschafft! Da. Um Barbara von ihren Ängsten zu befreien. Das war erfolgreich. Aber wo ist es mit Stefanie? Ist Lemuria of Danis dann? Es wurde doch gesagt, dass das Land mehrfach seinen Namen geändert hat. Oh! Crazy, wie du aufpasst. Ich komme da gar nicht hinterher. Mein Gott! Ich bin jetzt in Afrika. Ah, ich spiele wieder Kantana, oder wie sie heißt. Kanata. Katana. Das ist die zweite Story, die nebenbei läuft. Kantana, Kanata ist in Lemuria oder so. Und sie kämpft hier gegen... Sie ist irgendwie vor mehr als einem Jahr in Afdistan. Es war eine aliene Stadt, in Rom. chi��? Vier. In Afrika. Wir waren da schon einigen Wochenende. Und wenn wir in der Fragil-Truz mit den lokalen Fakten zu erreichen, kam eine neue Ordnung von der Luft. Was sagten sie dir? Moment, Alex ist hier vor einem Jahr schon gewesen. Achso, in FDANAS dann. Alex hat mal gedient. Äh, mir gefällt das alles nicht so. Jack und ich werden einen armierten Truck runter in den Wäldern und ein paar Runde schreien. Es wird einige der Schäden und die Straßen entfernen. Ich glaube. Was ist das Marker? Der Marker? Dead Space? Sie haben einen Kürzer. Hier ist ihre Fotos, die elektronische Klinik, um die Marker und die Geolocation der Rondin. Okay, Chad, wenn ihr Storyfragen habt, fragt Escape, der kennt sich voll aus. Ihr Name ist Kanta Anora. Ich habe sie mehrere Mal in Tangier, und das war, wo die Fotos genommen wurde. Es ist nicht klar, wer sie wirklich arbeitet, aber wenn ihr sie sieht, ist es nicht wichtig. Das Game ist doch keine 20 Stunden lang. Das war nur eine Person in den Reviews. Jetzt kann ich zurück zu meiner Mission kommen. Er ist sehr hell gerade, ja, das stimmt. Nachkampf. Sechs Stunden soll es gehen. Okay, cool. Das muss das 100 Prozent. Moment, ich habe ja doch im Spiel die Helligkeit voll aufgedreht, weil es so nachts in Aftanas dann so dunkel war. Das wird jetzt besser. Digga, steh doch auf. Wieso geht das so langsam? Jetzt geht es ja richtig ab hier. Junge, er kann um die Ecke schießen. Jetzt kann ich zurück zu meiner Mission kommen. Okay, cool. Ich muss zweimal diese Wände anklicken, damit das Spiel weitergeht. Äh, die Mission weitergeht. Was wollen Sie, was wollen Sie? Okay, so what do you want? I want to get out of this damn place, anywhere but far away. If you help me, if you really help me and it works, I'll take you to our base. And from there you can go wherever you need to go. Well, that's better than nothing. What are you looking for? I'm looking for this girl. Great photo. Yeah, I've seen her, but she was grabbed by the Gantry Gang psychos. Great photo. She's somewhere in the Lair, if she's still alive. They're pretty sadistic, even around here. Where's the Lair? From here to the right and up the stairs. Now there'll be one less gang in this town. I've got to find the Gantry Gang's Lair and rescue our courier. Okay. So, das, das erinnere ich mich, dass das bei Dashke war. Irgendwie in so einem Gebiet ist er rumgelaufen. Ich brauche sie aus der Garage, damit Kanta nicht in einem Schuss getötet wird. Oder nur ein Knopf. Ich glaube, sie hat einen Bikinian gehabt. Das ist Cantana, Kanata. Die wird gerade da gequält oder so. Mit Elektroschockern. Hier ist nichts von Interesse. Hier ist nichts von Interesse. Hier ist nichts von Interesse. Ich drücke doch E. Okay. Ah, das ist ein cooler Spong. ich hasse die musik in dem spiel so sehr wie er sich freut zu sterben was ist mit dem recoil die kommers in zwei selben ecken immer wieder ich habe nichts gesagt jetzt muss ich jetzt auch hier dabei helfen keine ängste mehr zu haben wow they didn't throw their shoes away they were probably going to sell them mess are you okay i was so stupid to let myself get grabbed yes i'm as all right as can be in this situation i'm here for the marker luckily i had time to hide the marker it's in the dumpster in the back across from jetmears headquarters okay ah der ist der bruder you found her alive what a joy who's that he helped me look for you you need clothes appropriate for this place so you don't stand out too much i know a merchant who you can help us ich hab noch nicht alle spiele aber ich weiß ein könnte vielleicht auch ein bisschen kritisch werden i can give you a gun i'm not a good shot and right now i don't think i can hit anything in that case if you see any gunman fall on the ground and cover your face with your hands maybe then you'll pass for a local aber ich weiß noch nicht ob ich es zum laufen bekommen kann we have to go to that merchant we are especially vulnerable now and i need to be on my guard ich musste jetzt muss ich jetzt alles von vorne machen nein 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 oder digga kletter doch rüber ne okay ist nicht alles von vorne hier ist doch irgendwas markiert finden sie und zerstören sie was soll ich finden und zerstören die früchte zerstören wo habe ich das game kaputt gemacht ich habe nichts falsches gemacht ich bin halt runter gefallen jungen wir laufen jetzt im kreis hinterher ich habe keine munition mehr ich habe keine munition mehr ich gehe ich gehe rum drum herum okay ich habe alles in den obstand rein geballert an munition ich gehe rum drum herum okay ich gehe rum 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 oh Also ich habe keinen Schild mehr ich verliere immer noch Leben die treffe mich nicht ich verliere Leben ich muss kurz Schild hängen äh Schild aufladen oder ich laufe da hinten und Heile mich da hinten Huu、 haa Scheiße, ich bin gleich tot, Mann. Ey, wieso sind hier überall Mauern? Ah, hier geht's drüber, okay. So. Was war das? Irgendwas konnte ich gerade hier anklicken. Achso, die Ecke. Zum Glück hat unser Körper 20 Kugeln ohne Probleme aus. Er ist halt ein Held. Junge, ich hab mich verlaufen. Jetzt gehen die weg. Boah, da war ein Fass. Elitäres Gameplay. Jetzt muss ich gehen, das hidden Package zu finden. Konntest du nun degraden? Nee. Ich würde meine Safe Stats dadurch verlieren. Als ob ich über diese Bauer nicht klettern kann. Und jetzt sind wieder 20 Gegner aufgetaucht. Okay, nice. Ich hab halt keine Munition, Mann. Hier auch keine Munition mehr. Okay, chill. Militärmesser. Ja. Weggemessert. Ich hab zwei Schuss bekommen von ihm. Nice. Ich bin tot, lol. Okay, bevor ich Game Over gehe, Chat. Weil wir spielen es ja eh nur für die Lore. Du, Casual, ey, 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 ey. Normalerweise würde ich das nicht machen, ja? Aber wir wollen ja nur den Plot sehen. Nein, Bub, es gibt es hier nicht. Ist das alles schlecht? Ist das alles schlecht? Ja, ich hab vergessen, dass der nicht runterspringen kann. Sorry. Du kannst kaum laufen. Du kannst kaum laufen. Vielleicht sollte ich dich in unserem Bunker gehen. Du kannst das Gerät ohne mich aktivieren. Du brauchst biometrische Identifikation, um es aktivieren. Oh, hier lernt sie das alles kennen. Hm, das ist eine kommentierende Entscheidung. Wenn wir hier auskommen, werde ich dir ein paar Tricks zeigen. Und mein Schwanz! Ausblenden. Weiter geht's. Ausblenden. Okay, ich hab wieder Munition bekommen. So kacke. Oh, Mann. Okay, hier sind Gegner. Versteck dich. Genau. Perfekt. Da wird dich niemand sehen. Spiel mir eine Runde ausblenden. Ach so, okay. Ja, sieht aus der Entfernung aus wie ein Müllsack. Fällt nicht auf. Ey, du sollst dich verstecken. Ich mein ausblenden, sorry. Digga, blend dich doch mal aus. Die steht einfach. Ausblenden. Oh, ich hab sie geschoben. Warte, ich schieb sie kurz da hinten in die Ecke rein. Hier wird sie niemand treffen. Guck. Prop Hunt, chat. Ich spiel einfach Prop Hunt. Ich hab sie zu den Müllsäcken gesetzt. Fällt niemanden auf. Ich hab sie zu den Müllsäcken. Okay. 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 Ich bin sie gleich selbst nicht mehr. Hätte ich keinen Marker, hätte ich sie nicht gefunden. Zum Glück hatte ich einen Marker bekommen. Hey, chill. Ach, da kann er jetzt runterspringen. Digga, ist doch okay. Stell dir diese Kriegssituation vor und der Soldat stellt dich einfach in die Ecke und meint, du bist ein Müllsack. Stell dir vor, du bist ein Müllsack. Raschel mal, mach mal ein Raschelgeräusch mit deinem Mund. Perfekt. Du bist ein Müllsack. Okay, ich glaube, ich muss erst die Gegner töten alle. So, aus dem Weg, Lady. Ich hole mal jetzt die richtigen Geschütze hier raus. So, einmal ausblenden, bitte. Hat er Glück gehabt, dass da eine Wante ist. Begleitung zum Zielort. Achso, ich muss... Muss ich sie da absetzen? Wahrscheinlich muss ich sie da absetzen, ne? Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Das ist dein Bunker? Wir heißen es ein Bunker, aber es ist wirklich nur ein Basement. In case ein Cruise Missile missen, es wird uns nicht helfen. So, entweder wir haben viel Zeit, oder wir haben keine Zeit, überhaupt. Du sprichst, bei der Store, zu zeigen mir ein paar Tricks. Ja. Okay, sie hat nur ein Bikini an. Ja, sie braucht sehr viel Desinfektionsmittel, Chad. Sehr viel. Ganz viel. Hands am Käpt'n! Dankeschön! Und vorher in Queen's Haar, die ganz übersehen. Dankeschön! Washing you with alcohol is a symbolic cleansing? Exactly. I'm so glad you know what I mean. Are you shocked by my behavior? I haven't seen a woman in months, much less one so beautiful. Do whatever you want. I'm just so nervous. Ich soll sie jetzt mit Wodka einreiben. Also wir haben kein Desinfektionsmittel. Also nehme ich jetzt absolut Wodka. Und reib sie jetzt einfach mit Wodka ein. Liege auf der Tafel, ich werde mir mehr komfortabel sein. Ich werde mal ein paar Iodine auf dich erstellen? Der Iodine will make me look like a Ginger Tiger. Das ist alles klar. Das ist alles klar. Danke. Dankeschön, Dankeschön für 15 Monate. Er kippt jetzt einfach Wodka über sie. Junge, ganze Gallone an Wodka kippt er jetzt drüber. Es ist so kalt. Und es brennt. Gib mir einen kleinen Drink. Junge, ich habe sie einfach in Alkohol gebadet und die so... Hast du einen Drink für mich? Warte, ich misch dir was. Okay! Adiata! Dankeschön für mittlerweile zwölf Monate in Tier 3. Vielen, vielen Dank! Hier ist ein Glas. Das ist gut. Möge etwas mehr an mich und lass etwas, um zu trinken. Okay, die nächste Runde beginnt. Okay, die nächste Runde beginnt. Ich denke, du wirst jetzt nicht so viel Angst. Warte es, nicht Angst, ich bin nicht glössig. Oh! 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 Hau! Oh! Oh my God! Oh! 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 gequält. So an so Anlagen, wo die ganze Elektroschocke bekommen hat. Die hat überall Wunden. Ich habe sie nur versorgt, verpflegt. Wie sagt man das? Ihr wisst schon, ne? Die Wunden desinfiziert und so. Ich habe ihr nur geholfen. Medizinisches Prozedere beim Militär. Außer in front of our bunker, it's all quiet for now. I have to see how Kanta is doing. Die hat eine komplette Alkoholvergiftung. Wie geht es dir? Ich will sterben. Nicht auf mich. Not für den Tag. Keine mehr Drinks für Kanta. Ich werde sie nur mit der sprechen. Nicht auf der wechten Seite. Du wirst freien. Keine mehr Drinks für Kanta. Hier ist dein Dress. Ich kann es nicht mehr wehren. Ich muss es waschen. Ich werde es später machen. Es ist die Merchants' Dress. Sie ist Angst, dass sie rausgehen. Jetzt werde ich auch Angst, dass sie rausgehen. Oh, warum kam ich hier? Oh, nicht mehr denken. Sitze auf dem Sofa. Junge, was ein beschissenes Szenario. Oh, ich dachte, sie trifft das Sofa nicht. Tell me how you met John. Und dann John showed up on the beach wearing swim trunks and a bulletproof vest. He was wearing sunglasses. So nobody could see his eyes. And some people laughed. This prick was going to pour boiling water on me because another prick on the internet ordered him to do it. I hate them. I hate myself. I hate even you for witnessing this. Go ahead. Fuck me right now. Stomp out what's left of my dignity. I never thought of it as trampling in the dirt. I'm sorry, I'm being silly. Do you want me? Yes. What are we going to do now? You're scared and drunk. I won't take advantage of the situation. Of course I'm scared. And someone has to comfort me. And I'm not drunk. And I'm not drunk. Nesitanciest! Nein! I don't feel so good. Is that the bathroom door? Yes. I'm gonna die. Water's good for cleaning too. Ah. Okay. You're right of course. And I was talking nonsense again. Let's forget it. You know, I feel like I have splinters all over my body from your table. Could you help me get them out? Take a closer look. I stupid didn't consider that. Sure. Let me help you. And then somehow the situation suddenly got out of my control. Tomorrow I'll take you to headquarters and you'll leave this country. You know, I'm not in such a hurry to leave this place anymore. I may be ashamed tomorrow, but I don't regret it. Beileid bekunden und Cantor beruhigen. I can see that everyone is here already. And you've even gotten to know each other. Yeah. Yeah. We are the best friends. We are the best friends. Credits. Fertig. Another day. Another mission. Another war. What would happen next? I didn't know that at the time. By the way, 15 minutes later. A second missile was fired at Jetmirs headquarters. Just to be sure. It missed its target and hit a satellite dish of sadistic bloggers. Karma can be such a bitch. Such a bitch. Sometimes. Sometimes. Das ist ja die komplett, also das war ja wirklich ein komplett katastrophales Kapitel. Heilige Scheiße war das Kacke. War das schlecht. Junge, was war dieses Gespräch mit denen? Wie sie auf der Couch sitzen und flirten, aber sich nicht mal anschauen. Junge, wie scheiße war das? Besser als das letzte? Ja, das letzte war, beim letzten Mal hatten wir zweimal Sex. Diesmal nur einmal. Schwächeres Kapitel. Ach stimmt, Loading Screen, ne? Wir haben jetzt gute Loading Screens. Gold Nuggets. Gold Nuggets. Kommt da noch mehr? Ja. Das war gerade nur ein kurzer Blick in die Vergangenheit. Wie sie sich vor einem Jahr getroffen haben. Ja. 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 Was passiert hier? Ach, Drohnen. Ich habe gespeichert. Auf einmal kann man speichern. Äh, okay. Ich darf nicht erwischt werden. Hier sind irgendwie, äh, Drohnen unterwegs, Menschen mit Waffen unterwegs. Und, I guess, ich muss einfach zum Ziel? Ich renne einfach durch, Digga. Okay, ich kann mich wieder ausziehen. Ein Kilometer, Junge. Ohne Auto? Okay, Silent Hill. Aus dem Nichts. Erreichen des Zielpunkts. Ich konnte wirklich kein Auto haben? Nein. Ich laufe jetzt wirklich 800 Meter noch. Ein Kilometer ohne Auto ist nicht viel. Ja doch schon. Wir hatten bisher alle Missionen, die wir hatten, so, ja lauf 50 Meter. Auf einmal ein Kilometer. Entschuldig. Kann mich erinnern, dass Dashke da auch gerannt ist. Ich bin genauso schlecht wie Dashke. Scheiße. Aber wir wollen eine geile Stealth-Mission. Oh, ein Pool! Yippie! Ich hab keine Ahnung, wieso Dashke es gespielt hat damals. Scheiße, da kommt einer. Der kommt straight up auf mich zu. Warnung, wenn sie mindestens eine weitere Person töten, gilt die Aufgabe als gescheitert. Ach du Scheiße. Was sind diese Symbole eigentlich hier alle? Das ist wieder ein Speicherpunkt. Sparen! Pose Chris! Dankeschön! Für 14 Monate. Vielen, vielen Dank! In Tier 3 vor allem. Dankeschön! Vielen, vielen Dank! Ah, da ist ein Drohner. Ja, halben Weg geschafft, Leute! Das ist auf einmal vor allem mit der Minimap, die ihr gerade nicht seht, aber die Minimap, die ich jetzt habe. Diese lange Weg, das ist einfach wirklich, einfach gerade Deadly Premonition. Spare! Ich bin am Speichern, hallo! Darf ich Hunde töten? Okay, jetzt tut der mir doch irgendwie ein bisschen leid. Hooooooah! Ob der Hund auch mit eh eingesprochen wurde. Und Remorias! Dankeschön, für 17 Monate. Ist sie euer oder sweaty? Beides. Oh, ich bin in den Kaktus gelaufen. Beides. Oh, das ist ein Hund. Hier ist nur ein Speicherpunkt. Jo, was ist denn das für ein roter Arcade-Automat? Sparen! Arme Hundis, ja. Das musst du mich wehren, okay? Okay, über den Sound komme ich nicht drüber. Oh, okay. LOL. Ja, den Hundis geht es gut. Die Pistole betäubt die nur. Ey, die Pistole, das ist so ein Silence-Messer. Betäubungsmesser. Ein Ding ist gut. Keinen Mensch töten. Ah, scheiße. Vorsicht vor Kakteen. Scheiße. Junge, diese Mission zu machen, komplett unentdeckt, das wäre auch eine Katastrophe, ey. Unentdeckt, ja. Ich bin unentdeckt geblieben. Die dachten, ich bin einfach nur jemand, der da durchläuft. Mach, auf gar keinen Fall werde ich dieses Spiel widerspielen oder irgendein, äh, irgendein, ähm, Kapitel nochmal wiederholen. Auf gar keinen Fall. Wobei, vielleicht nochmal einen Run auf Deutsch, Chad? Einen zweiten Run auf Deutsch? Wer ist denn der jetzt? Ist es Alex? Einmal vorhin habe ich Geld von dem lokalen Geldländer, Uncle Kim, und er hat ihm mein Passport als Pledge. Jetzt? Ich muss mein Passport zurück, ASAP. Auch wenn es bedeutet, die Kraft zu benutzen. Er braucht seinen Passport-Chat, damit er wieder zurück nach Afrika fliegen kann. Und der hat jetzt super viel Schulden bei Uncle Kim. Auch für die, ja, die Wodka-Szene wäre in Deutsch ganz gut. Er hat ja ganz viele Schulden jetzt bei Uncle Kim. Und er braucht halt den Pass, ne? Sonst kann er nicht den Job vom Jobcenter annehmen. Mensch, gut! Zuhälterei! 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 Let's discuss how I can get it. Let's discuss! Lady? Ist alles hier in Ordnung, Mann? Get out of this block! This place is taken! Ich stehe niemandem im Weg, stell dir vor, du hättest mich nicht gesehen. Was ist das eigentlich für ein scheiß Outfit, Junge? Wurde, dass du mich nicht gesehen hast und du wirst sofort Frieden und Harmonie fühlst. Oder was du in diesen Situationen fühlst. Wir müssen dich anders zu sprechen. Ich habe einen schweren Tag gehabt, damit die Gespräche nicht funktionieren. Ich stehe das Knochen auf den Boden und schalte sie. Ich werde wieder treffen. Was ist das Scheiße? Was macht ihre Schleife? Ich hatte fast einen Job und dieser Mann würde mich an Kim selbst zu erinnern. Kannst du dich nicht an Kim zu erinnern? Oder wie machst du es da? Es ist nicht so einfach. Es ist leichter zu machen. Genau. Du wirst meinen Pimp spielen, anstatt dem Junge, den du so viel Angst hast. Okay, ich bin ein Zuhälter. Ich bin ein Zuhälter. Und wie ist der Plan? Ich werde auf Worte des Spezialisten achten, ich bin nicht sonderlich gut in Handhabungen mit dem Messer, ne? Komm schon! Okay, ich werde die Meinung von einem Spezialisten hören. Was anderes? Ich bin nicht sehr gut mit Koldstil-Alarm. Ich muss nur noch einmal in die Arterie kommen. Was ist das Problem? Was? Sie muss dumm aussehen? Wieso muss sie jetzt dumm aussehen? Was ist das Spiel abgestürzt? Danke. Ich kam in die Asiatische Karte, um mein Passport von Uncle Kim zu holen. Eine wunderschöne Frau namens Hong Ho, die ich dort kennengelernt habe, hat eine Performance vor den Gästen. Nachdem musste ich auf die richtige Zeit von Uncle Kim zu holen und was ich brauchte. Ja, manche Sachen sind halt immer noch, ne? Also ich habe mich ja mittlerweile auf das Spiel eingestellt, aber bei manchen Sachen ist das halt immer noch ein bisschen überfordernd. Und das muss ich dann schon so ein bisschen in Frage stellen. Kann ich sie ausziehen? Ich kann sie nicht ausziehen. Wahrscheinlich muss ich ja Sex mit ihr haben, ne? Junge, war da Elon Musk gerade? Was willst du? Du musst mit Sajjanim sprechen. Über was? Klug, grob. Wir sind klug, okay? Auf der Ebene der Verpflichtung, ein Geschäft zu entwickeln. Auf der Ebene der Verpflichtung. Du hast die Schule für ein paar extra Jahre gearbeitet. Ist das Ginger dein Geschäft? Ich habe auch viel in die Schule gelernt. Wir haben hier genug von unseren eigenen Pimpern genug. Moment, ich muss mich dumm stellen. Ich darf nicht schlau sein. Deshalb bin ich gerade zu viele Klassen in der Schule gewesen. Oder so. Du hast niemanden wie ich. Oh, okay. Aber du musst deine Outerware entfernen und deine Füße entfernen. Sajjanim liebt in der Raum. Okay. Und ich muss dich suchen. Nachher haben wir hier ein Studenten-Hostel und du kannst nicht alles, was du willst. Studentenwohnheim? Ich fühlte sofort die Atmosphäre der Campus. Was? Und ich muss mich suchen. Ich bin verpflichtet, wenn du etwas verabschiedet hast. Was hast du, das verabschiedet ist? Ich weiß nicht, also wir entscheiden, wann wir beginnen. Ist das alles scheiße. Und wo ist er jetzt mit... mit... mit ihr hingegangen? Okay. Da sind keine netten Kollegen hier. Ja, Studentenwohnheim. Ja, ich weiß nicht, ob sie kontrollieren. Aber ich wollte gucken, wo die hingegangen sind. Ich wollte schauen, ob ich hinterher gehen kann. Ich überlege die ganze Zeit, ob Englisch Studentenheim eine komische Übersetzung ist. Weil ich denke mal, das ist ja so ein Autotranslator. Aber Campus? Studentenwohnheim? Junge, diese scheiß Frisur. Brennende Flüssigkeit. Ich kann die Tür irgendwie seitlich öffnen, aber dann kann ich nicht rein. Studentenhostage. Und Hostage hat der mit Wohnheim übersetzt oder so. Hm. Intime Dienstleistungen. Ne, absolut nicht. Ich gebe 80 Prozent. Alles wird kostenlos für ihre Leute. Ich gebe 80 Prozent. Ich gebe 80 Prozent. die Qualität meines Produktes. Und wo ist sie? Sie wurde in der Sicherheitsrunde gehalten und wird bald kommen. Ja. Juhu, Juhu. Junge, was für deins ist auch dämlich. Okay. Okay. Und jetzt muss ich ihn abstechen. Ja, er testet jetzt ihre Macht. fucking, ich muss deine Macht testen. Ja. Ja. Genau. Ich denke, was für dich ausgesprochen hat. Ich bin hier. Ich bin hier. Meine Eltern haben von Nordkorea ausgesprochen und hier haben. Ich bin hier. Wie ist das? Ich bin hier. Sie sind tot. Sie haben in einem Auto-Akzident. Du hast jetzt eine neue Familie. Wir sehen, was du tun kannst. Jetzt ist der Bauch geplatzt. Es ist Zeit, um zu agieren. Aber schlauend. Und nicht in diesem Raum. Boah, sie macht irgendwelche Dropkicks. Ich habe dir gesagt, du bist nächster. Ich habe ihn in die Augen gesteckt. Sterbender Kim. Ach, das ist ihr Haarschmuck. Sie war wahrlich mächtig, ja. Ach so, er tippt gerade, Leute. Ich dachte, was ist das für ein komisches Geräusch? Ich habe ihn nicht entdeckt. Geldschrank. Kim does have a safe and it is locked. Who will open it? You. And hurry up. I'll watch at the door. Dinger, wieso knippen ihre Klamotten? Ich habe Nackzeit ausgemacht. Was gemacht? And very telling. Moreover, with a real weapon in his hands, he would not let anyone close to him. These needles are also probably poisoned. Dann musst du dein Haar vollständig waschen. Ich habe viel zu tun, aber jetzt ist es kein Zeitpunkt und nichts zu tun. Okay, ich komme hier nicht raus. Okay, er ist mittlerweile tot. A few numbers and something in Korean is written on the back of the picture. Spalten aus dem Tagebuch. Easy. Wir haben es ausgesorgt. Nie wieder arbeiten. Ja. Be sure to take it for me. Do what you want with the rest. There's money in Bundles and gold bullion. Don't you need anything? Okay, take something for me too. She is not as impassive as she wants to appear. Now I have the hope that I will part with her alive. Mia, wenn du schon fragst, pack ein. Okay, they will come in handy for something. Und die Bahren lassen wir jetzt einfach liegen? Okay, ich kann immer noch nicht gehen. In this file, Kim keeps the contracts and data of all of her clients, including me. How can I destroy it? Ja, ne? Achtung! Okay. Keep it for now. You have more pockets. What's on this SSD drive? Keine Ahnung. Er hat gesagt, das wäre hilfreich. Ey, damit könnte man vielleicht was machen mit anderen Pässen. Keep it for himself. You'd better not know the details for your own benefit. Topic closed. How are we going to get out of here now? Pimster. It's dangerous to go back the same way. Mercenaries will probably be waiting for us on the street. Okay, I'm fine for. So what do we do? We could walk through the student dormitory and get lost in the courtyards. But a pimp frightened by you is wandering around that exit. He will recognize us and raise the alarm. This will be the last alarm he will raise. Alternatively, we can go to one of the balconies of the hostel and go along the stone arch to the balcony of the neighboring restaurant. In the rain on a wet slippery arch? Any other suggestions? We both have the right shoe with good protectors. If we're lucky, we'll get through. This doesn't sound too hopeful. Okay, let's try. Shit. Ah, da war atua. Abja, da war atua. Arto, komm zurück. Komm jetzt, komm zurück. Komm zurück. Trau dich. Trau dich. Komm her. Komm, trau dich. Komm, trau dich Arschloch. Er traut sich nicht. Jetzt habt ihr kurz Arto kennenlernen dürfen. Für eine Sekunde. Ich hab keinen Cursor mehr. Shit. Ah, jetzt. Äh, ja, wir brauchen einen Schlüssel. Ähm. Ich hoffe, sie stirbt nicht. Ich hoffe, sie kann nicht sterben. Ja, sie hat Spaß, wie es klingt. Wie war das nochmal mit dem Alarm? Der geile Kick von hier. Ja, komm, ich geh einfach durch den Haupteingang. Geht nicht. Hier ist halt niemand mehr. Ich hab alle abgeschlachtet. Ich find den nicht. Ich hasse es, in diesem Spiel Keys zu suchen. Oh yeah. Ich hab wieder mein Outfit. Mikrowelle? Oh. Da war ja wirklich ein Schlüssel bei der Mikrowelle. Er juckt. Der fucking Cowboy mit dem Messer, alter. Wie entspannt. Wie entspannt. Die gehen. Bevor die dich sehen. Wieso war dieses Game nicht bei den Gamerbots dabei? Vergeht das Potenzial einfach halt wirklich. Boah, die macht das schon. Die macht ja ihre coolen Kicks. Die wird einfach hier rausgeschoben. Oh, da ist der Ausgang aufgetaucht. Frau! Hier ist kein Ausgang. Ach, hier lang. Ich brauch ein Key. Ihr dumme Schlüsselsucher, ey. Oh mein Gott. Stell dich doch vernünftig jetzt hin. Da ist was. Bitte sei der richtige Schlüssel. Frau! Nice. Und die nächste Schießerei? Okay, Tür. Lagt da was? Ich liebe ihre Kicks, Mann. Wir brauchen einen Schlüssel. Ist das Red Redemption 3? Ja. Der neue Teil ist, denke ich, da. Die haben GTA 6 geskippt und haben lieber den dritten Teil erst gemacht. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Wie der einfach da drin spawnt. So. So. Haben wir es jetzt? Nice. Ja, jetzt wieder Schlüssel suchen. Oh, das war's. Kein Schlüssel. Wir haben die jetzt einfach so, einfach alle abgeknallt. Profi für Mikrokredite. Boah, crazy. Action-Adventure. Hallo, Super-Yoshi. Hongho und ich ended up in a fancy restaurant. Looking at this and remembering the heaps of garbage on the street. I realized that the inhabitants of this place certainly do not bring their money to the janitors. Was für Straßenreinigungen? Digga, wen juckt die scheiß Straßenreinigung? Was redet der Mann da? So, wo kann ich jetzt mit Hong-Ho Sex haben? Wir sind schon viel zu lange unterwegs, ohne Sex zu haben. Geh raus. Es wird heiß in hier. Es wird heiß in hier. Ist der mir? Pass auf. Cool. Yo, Can't Play! Digga, vielen, vielen Dank, Mann, für 20 Subs. Vielen, vielen Dank. Dankeschön, Mann. Besser bei dir reingiften, als Counter-Strike-Kisten zu öffnen. Stark. Dankeschön, Mann. Vielen, vielen Dank. Und das alles nur, weil wir zum Arbeitsamt gegangen sind, ja? Jetzt müssen wir hier so ein ganzes Abenteuer erleben. Geht, skip. Ne, wir sind immer noch nicht in Afrika, ne. 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 Okay, Jungs. Muss ich wieder töten? Ähm, Hong-Ho? Ich hab mir sein Truppet weggeschossen. Hong-Ho, alles in Ordnung? Also ich check nicht, wir müssen eigentlich ja weglaufen. Wir müssen hier eigentlich entkommen. Aber wir können hier nur weg, wenn wir alle getötet haben. Nur dann können wir weg. Kannst du auch mal bitte schießen? oder den coolen Kicks machen? Irgendwas? Oh, jetzt schießt die. Keine Verfolger? Ja gut, hast recht. Wenn wir alle umbringen, dann haben wir auch keine Verfolger. Hast recht. Okay, wieso steht hier ein fucking Drucker? Digger, wie viele muss ich denn töten? Das Game hat keinen Speedruns. Du könntest... der Erste sein. Für die Speedruns machen. Und Bafalga, dankeschön. Für 6 Monate. Vielleicht ist das Game noch 20 Stunden lang. Ne, wir müssen nur in Afrika ankommen. Dann ist es vorbei. Wir haben ja jetzt ein Passport. Und es sieht schon ziemlich nach Abend aus. Wir haben es geschafft. Junge, was ne dumme Kacke. Nein, die Sprachausgabe ist wichtig. Ich mach die doch nicht aus. Ja, lass einfach alle abknallen. Das ist großartig in der Bikerbar. Jo, hast du Munition? Was würdest du trinken? Ich trinko nicht, ich brauche ein paar Bühne. Ich verstehe nichts von dem, was du mir gesagt hast. Lass dein Geld auf dem Kounter. Geh hinter dem Kounter und rummage unter dem Sink. Ich seh hier gar nichts. Ich stehe hier einfach nur und gucke die Wand an. Ich stehe hier einfach nur und gucke die Wand an. Okay, cool. Ich hab Munition. Können wir jetzt wieder gehen? Nein? Dieser dreckige Biker erinnert mich an jemanden. Okay. Hallo? Sie ist irgendwie bugged. Fuck. Haben wir jetzt ein Problem? Haben wir eine Situation? Ich stoppt trinken für gut. Jetzt trinke ich für evil. Da, ich muss den anklicken. Okay. Jo, was mit seinen Augen los? Das ist ein Elden Ring Charakter. Sam, ist das du? Tschau. Tschüssau. Dirk und Rairoho. Dirk und Rairoho. Wer fragt? Du kennst mich nicht? Ich kennst mich alle. Was willst du? Äh, was machst du hier in so einem Lokal? Ich bin wunderschön. Ich bin wunderschön über was solche großen Leute machen in diesem Diner. Und besonders in so einer Dörferung. Die großen Leute fahren große Motorcycles. Ich versuchte dich an deine Jugend? Warum dachtest du? Was hast du? Ramsey? Ist das jetzt Ramsey? Und du bist jetzt auf der Runde? Ja, ich rieche meine Fahrt in der Reine durch Pudeln und Möde. Wie ich in meiner Kindheit habe. Also was ist nächstes? Ich weiß nicht. Vielleicht werde ich eine Fahrt fahren und eine Piratung nehmen. Ich sehe. Ich gehe jetzt. Schau dir. Wieso sitze ich hier auf einmal? Ja, das war... Stimmt, das war Sam, ne? Stimmt, das war Sam. Mit dem Helikopter. True. Ich checke das erst jetzt. Hä? Ich mag dieses Alley. Ja, das ist ein großer Ambush-Spot. Kennst du noch andere Passage? Nein. Wir werden auf alle Türen knacken. Und versuchen, durch die Korridoren zu gehen. Ich habe keine Ahnung, ob er irgendwie sich verkleidet hat oder so. Damit er nicht mehr auffällt. Und jetzt will er irgendwie Fahrrad fahren, wie früher in seiner Jugendzeit. Durch Schlamm und Pfützen. Der hat seinen alten Job an den Nagel gehängt. Spiele eingeblieben? Okay. So, jetzt wird gebombst, oder? Ja. Aber wieso fragt Alex dann, ob man ihn noch erkennt? Ja, weil er ja verkleidet ist. Onkel Kim hat ihn ja auch nicht erkannt, weil er die Brille trägt. Obwohl Onkel Kim ja ihn eigentlich kennen sollte wegen... Weil er ja eigentlich Schulden bei Onkel Kim hat. Aber er hat ihn auch nicht erkannt. Aber er hat ihn auch nicht erkannt. Wann Wodka-Dusche mit Sam. Ja! Wo ist der Ganove? Ja! Wo ist der Ganove? Ok, wir sind. Ok, Stühle. Junge! Hier liegt halt überall Heilung, ne? Ich werde wahrscheinlich überall kämpfen müssen wieder. Dicker. Das Game hat noch zwei DLCs, aber Content-DLCs? Ich habe ein DLC gesehen, ist Major-Content-DLC. Und den Content geben wir uns ja nicht. Greis. Was ist hier los, hä? Hä? Warum so ein Gestank? Was ist dieses Stench? Das alte Haus hat einen alten Schmerz. Und eine halbe dieser Schmerz ist wahrscheinlich aus deinen Fuß. Privatsache, es geht. Was machst du hier? Ich muss noch ein anderes Exit zur Straße gehen. Geh, wenn du musst. Es ist ein Labyrinth. Erklär, wie gut, das zu tun. Geh über die rechten Wallen, ohne zu stoppen. Und du kommst schneller oder später. Oder auf der Seite. Du bist kein Gehör zu mir. Wow. Schau an die Schmerzen. Besonders in deinem Gehirn. Du bist ein Labyrinth. Oh! 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 Wehr, komm! Ich wusste ja nicht dazu, wo gewonnen wird. Hier will ich in der Mitte kommen. Ähm. Finden und zerstören. Okay, ich finde und zerstore. Ich gefunden, ich zerstört. Okay, die sind wahrscheinlich unter mir oder so. Okay, doch nicht. Ich muss lachen. Hang-Ho ist einfach verschwunden. Digga, ich schieße durch die Tür. Ja, der Türknarzt-Sound ist richtig schrecklich. Jo, Zwillinge getötet, Drillinge getötet, Vierlinge getötet, Fünflinge getötet. Ey, er schießt durch die Wand durch und trifft mich sogar, macht Damage. Digga, war das schon immer so, dass es nur ein Gegnertyp gab, die, oder? Also Gegnertyp. Optisch meine ich halt, ne? Die sahen doch immer alle unterschiedlich aus, oder? Wir haben gerade nur denselben Typen, immer und immer wieder. Oh ne, der ist anders. Sackt nicht Braunschlüssel. Okay. 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 Was ist so jubberig. Naja, sag mal was klärte. Wöge ich mir zu sagen? Kannst du mich anberaust, woher man die Leitungen finden kann, diese Tür? Wer erinnert solche Details jetzt? Verwärterlich nicht ich. Und was soll ich jetzt tun? Geh auf den zweiten Flügel. Es gibt viele interessante Dinge. Ja gut, dann, I guess, gehen wir hoch. Hier, Asiatown zieht sich ein bisschen ey. Hier passiert literally gar nichts. Seitdem wir Kim abgestochen haben. Ja, Digga, wo ist jetzt hier die Treppe, Mann? Ja, schon lame ohne Bumsi. Digga, ich weiß nicht, wo die Treppe ist. Hier ist halt ne Markierung über mir. Aber hier ist nicht ne Treppe, ne? Ich hab schon das Gefühl, das ganze Game zieht sich. Es hat ja schon ein paar Highlights gehabt, okay? Ah, hier. Ich will das große Wiedersehen mitbekommen zwischen Cantor und Alex. Was geht denn hier auf einmal ab? Wo bin ich denn? Wo bin ich denn? Wo bin ich denn? Wie ein Mann. Wie ein braver Soldat. Wie ein leckeres Gesicht. Wie ein leckeres Gesicht. Kannst du mich überhaupt hören? Ja. Erwischt. Woher weiß sie das? Okay, ich bin wieder interessiert. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Zeitpunkt. Ich ruf dich an, Baby. Wenn du mir dein Telefonnummer gibst, werde ich dich telefonieren. Nachher. Von Afrika. Nein. Nein. Er braucht keine Liebe. Na ja, wir haben es endlich gescheitert. Der Triad wird niemanden von hier raus lassen. Er wird mit uns bleiben. Seit Ewigkeit wieder hier und sehen dieses Spiel. Das macht mich glücklich. Wir haben ein extra Bett. An der Tür, entfernt von dir. Und näher zu mir. Oder er wird einfach sie alle töten. Wer? Rizzle. Rizzle? Und der blöde Juan. Was reden die da? Ja. 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 Sie agieren mit einem Verlust. Aber in der Zeit. Und nicht vergessen, sich zu retten. Verhütung? Auf diese Gasmaske. Ah, okay. Okay. Du hast mir keine Wahl. Meine Lieblingsverhütungsart. Ich fühle mich, dass ich das, was mich von mir gefragt hat, aus den verdammten Korridoren zu kommen. Ich muss die Gifte nehmen und diese Goga und Magaga töten. Oder was auch ihre Namen sind. Und mit diesem Schwert, die Kugeln abzuschlagen, stellen sie sich in die Verteidigungsstellung. Rechte Maus, dass die hier näher... Ist weg. Das Katana ist weg irgendwie. Ich bin so verwirrt, was hier gerade passiert ist, Chat. Ich bin so verwirrt, was hier gerade passiert ist. Keine Ahnung, was das hier gerade war. Ich glaube nicht, dass es lange dauert. Ich werde bald wieder zurück. In einem neuen Cycle von Zeiten treffen wir uns wieder? Was? Was für Zeitzyklus? Wie... Mein Katana ist weg. Wie benutze ich meinen Katana? Ich kann es nicht mehr ausrüsten. Ich bin ja eigentlich für den fucking Schlüssel gekommen. 1,2-0. 2,3-0. 3,1-0. 3,2-0. Happy Passion. Na, Tor! 1,2-0. 2,3-0. 1,2-0. Ja, das waren irgendwie die Mäuren oder so, oder? Das waren die drei Mäuren. Uah! Ähm. Aber ich habe trotzdem keinen Schlüssel bekommen. Ich gehe einfach wieder runter. Töten Sie den Anführer der Triaden. Wo ist mein Katana? Jetzt, 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 hier. Abfahrt. Abfahrt. Scheiße. Wie stark der ist. Ich muss blocken. Ist das scheiße. Ist das kacke. Oh, Katana ist schon gut stark. Okay, also die haben mir jetzt die Waffen gegeben, damit ich irgendwie die Anführer töte. Und jetzt kriege ich den Schlüssel als Belohnung. Die sind weg. Das waren wirklich Mäuren. Was passiert hier? Was passiert hier auf einmal? Wo ist alles? Oh, du hast alle töten. Oh, du hast alle töten. Es waren Mädchen hier. Ist das eine Statement oder eine Frage? Äh, Frage? Frage. Ja, wir haben irgendwie einen geskippt. Ich glaube, ich habe ihn getötet, als ich gestorben bin. So, es waren Mädchen, nach allem. Was ist das Sign? Das ist das Sign der Triaden. Die meisten der Leute in diesem райone werden eure Request, wenn du ihnen das Sign geben kannst. Digga, ich will einfach nur nach Afrika. Ja, ich will hier raus. Es ist Zeit, für dich zu verlassen. Nur schaue die Exit-Tür ein bisschen stärker. Ich muss wirklich gehen. Ich denke, alles, was hier mit mir mit mir passiert ist, ein paar Mal später später. Yo, ciao Ghost. Denkst du, wir kommen heute noch nach Afrika? Ja, das ist das Ziel. Oh, sie ist wieder da. Wir müssen nach Afrika. Wir haben endlich einen Job bekommen vom Arbeitsamt, wo wir ein bisschen Geld verdienen können. Habe ich jetzt meinen Katana verloren eigentlich? Junge, war das scheiße. Babetta, ich hätte dir alle bumsen, glaube ich, können, Chat. Fragen Sie eines der Mädchen im Detail. Wir hätten dreimal Sex haben können. Wir müssen, wie weit weg von hier möglich sein können. Jetzt bin ich in irgendeinem scheiß Club. Da komme ich doch her. Abfahrt, ein bisschen dansen. Alkohol, the cause and solution, was? Wir wollen uns auch nicht verstecken, wir wollen tanzen. Ich mag dich nicht. Tanz. Komm, tanz. Junge, sogar das UI geht mit ab. Alles? Alles? Oh nein. Ich glaube nicht, dass es schwierig ist. Nein, aber ich glaube nicht, dass es schwierig ist. Ich glaube auch so. Und der vorherige DJ hat sich anders gedacht und hat immer die Pay-Raisen gefordert. Okay, was soll ich tun? Ticker, was kommt jetzt für ein komisches Minigame hier? Ja, das ist das Wichtigste. Können Sie tanzen? Ja. Ist das ein Problem? Kein Problem. Junge, was ist das für eine dumme Side-Quest? Okay, ich kann noch nicht raus. Hast mittlerweile herausgefunden, warum Dashkill das Game liebt, ja? Ja, das ist wundervoll. Starten Sie Musiktitel mit den Schaltflächen oben rechts. Okay. Ich mache einfach weiter, Gäste. Ach, du Scheiße, sie ist nackt. Okay. Sie hat sich gerade umgezogen und ist auf einmal nackt. Ich drücke hier drauf, Chat, aber es passiert nichts. Die Anzahl der was? My pursuers are here, I can't make mistakes now. I do not like it. Did you say something, boy? No, sir. Disappear. We're looking for someone here. Who are you looking for? One insulin thief who offed Kim's security and cleaned out his safe. What terrible things happen while I move the sliders here? Right. Hello, Tika. You haven't popped in here for a long time. No time. A lot of work. You don't cut yourself any slack. I don't cut anyone slack. Chances you can attract everyone's attention. Song gewechselt. I'll tell you something. Well, speak. You are as much a DJ as I'm a monk. Hey! I'm sure it was you and your chosen place, who killed Kim. Nein, nein. Ähm. Wer ist dieser Kim? I don't even know who this Kim is. Ich kann nicht umschalten, wenn die reden. So, jetzt. Wir haben uns verstanden. Ich brauche mal eine Maus! Money is such a volatile substance. It's good that we understood each other. My envoy will find you. PJ Motion. Ich kann keine sieben. Mein siebtes Gerät ist kaputt. Das siebte Gerät ist kaputt. Wir müssen sprechen. Was ist das für meinen alten Mann? Ich werde dir kompensieren. Das ist ihr Vater? Gleich brennt der Club. Meine Pursuers sind weg. Jetzt kann ich relaxen. Warte ein bisschen und weg. Get out of here. Kann ich jetzt bitte gehen? Wir sind jetzt fertig, dachte ich. Digga, was für acht Geräte! Ich habe nicht mal acht Geräte zur Auswahl gehabt! Und hier ist Sam mit seiner neuen Freundin. Schon wieder Sam! Mädchen, hier bin ich. Ich trage alle. Lass uns das Spaß machen wirklich. Ich muss neun Geräte oder so anmachen. Zehn. Also, I guess die Zehn ist halt die Anzahl der Geräte, die ich anmachen muss, oder? Nee, wir müssen gehen. Definitiv. Oder sind das neun Fehler gewesen jetzt? Ich bin so verwirrt. Keine Ahnung, Mann. Alter, Sam geht ja richtig ab! Ich will mittanzen. Was willst du? Tanzen. Es ist so, dass Sam's Biker-Girlfriend nachher zu sprechen kann. Es ist Zeit, für mich zu leiden. Und du, Sam, take care of you. Er ist kein schlechtes Mann, obwohl er ein Scheiß ist. Warum interessiert du ihn? Er könnte mich auf dem Ruf, umgekehrt bei Zombies, aber er hat es nicht. Zombies? Ist das ein bisschen elektrisches Scooter-Gang? Zu lange, um zu erklären. Okay, ich will take care of him. Deine Kopf ist etwas anderes. Jane und ich, wir sind einfach so. Gehen wir jetzt? Sind wir fertig hier? Es ist Zeit, um diesen Block rauszukommen. Ich bin im Herzen Biker-Girl, ja. Was? Tray asked me to tell you that he needs a hundred thousand dollars. He showed me where to put it. Kim didn't have that much money. Did his guys witness your conversation? No, he took me away from them. So you will be the only person who knows that Tikai will receive money secretly from his people? Wie kann ich nicht über das gedacht haben? Ich muss weg von hier und weiter weg gehen. Ich werde nicht alles an Sam Takai geben. Ong Ho, was denkst du? Sie lassen sich nicht von uns aus hier leben lassen. Wir müssen einen Weg aussehen. Versteck und warten. Über die Dächer? Über die Dächer, na jetzt cooler. Die Dächer sind weich und alt und können überall verlassen. Denk, du bist lokal. Probe deine Usefulness zu uns. Ich bin nicht lokal. Ich war hier seit weniger als ein Jahr. Hier ist das Problem. Ong hat den Schmuggl-Swill und sie hat ihn aus dem Seuerhatch gebracht. Leid uns zu diesem Seuerhatch. Aber zuerst gehen wir zu dem Ort, wo ich das Geld verlassen wollte. Das ist richtig, wir können uns folgen. Wir können mich folgen. Folgen mich. Takai sagte, das Geld hier zu legen. Hoffentlich sah ich es so, als wäre ich etwas in da. Leid uns zu diesem Seuerhatch. Es ist nicht weit. Es regnet nur unten auf dem Boden. Ich als Bettler. Was? So. So. Du bist kein Bettler, du hast einen Job in Afrika. Du musst halt nur endlich mal nach Afrika fliegen. Das war ein schreckliches Kapitel. Das war ein schreckliches Kapitel. Das Kapitel mit Wodka war cool. General B.Joy Sink war nicht nur mein Kurator, sondern auch mein Vater und mein Mentor. Er sagte, ein Gespräch mit mir in einem secreten Haus auf der Outskirts. Okay. Das ist jetzt wahrscheinlich während sie noch trainiert, zu seiner Kämpferin zu werden, I guess. Everything has become serious. The General has never been guarded as he is now. I need to talk to his bodyguard. Du hast nach dem Wodka Kapitel gesagt, das war das Schlimmste. Ja und deshalb ist es ja auch das Beste, weil es ja das Schlimmste ist. The General and I have an appointment. Miss Anora, the General is waiting for it. Wer ist jetzt Anora? Ist das nicht Kanta Kaneta? Was ist das Kapitel, in dem wir fünf Minuten stumpf zu einem Zielort gelaufen sind? Junge, das war so scheiße. Was gamet er da? Far Cry oder so? Namaste Guru. Was für Namaste Guru. Namaste Guru. Good to see you Kanta. Please sit in the chair. It will be a long conversation. I have a long conversation. Ich muss mal was spielen. Ist das nicht Gothic, Alter? Was ist das Chat? Das ist doch Gothic, oder? Wie sitze ich? Deshalb mochte es Deschke. Ja, sie ist Kanta und Nora oder so. Skipp alle Gespräche. Was? 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 Sedated. Sedated. Honey, please prepare two doses of very phoenixal. It's time to get to know him better. It will be done now. Are you ready? Yes. Then let's go. Ja, wenn der Skipper ist, ist wohl die Lore nicht so wichtig. I guess. Ist das gerade Minecraft Musik? Oder wieso? Der hat doch nicht geklaut. Junge, was geht denn hier ab? Was machen wir hier? You can start. Kanta. Our patient is most likely a xenophobe and chauvinist. For us to succeed, try to match his gender representations of the era of Scheherazade's fairy tales. Was? Got it. And here's another thing. The glasses are old. If you have problems with the display, just shake your head. Da fuck? Let's get started. Ankita, read the legend. An evil necromancer captured the nameless warrior. But the necromancer's stepdaughter fell in love with the warrior and helped him escape. Er ist ein fremden Feind und Chauvinist und der wird jetzt irgendwie mit VR therapiert. The stepdaughter knew that the only way to save them was through a portal on the roof of an abandoned temple in the middle of the jungle. I don't like all this anymore, but go on. Ugh. And she led the warrior through the hordes of savages and hordes of zombies that filled the unfortunate country. Where am I? Die Game Awards nächste Woche Freitag. Und ja, schauen wir. Also übernächste Woche. Am 14. 13. Sorry. I was tasked with finding out who is the secret patron and investor of the Munumba dictators regime. But before that, I need to try to find out who is opposing my mission. Digga, was ist das jetzt für ein random Plot? Wieso müssen wir jetzt irgendeinen Typen therapieren? Mit VR? Ende der Episode. Episode 2 kommt bald. Moment, was? Moment, was? Moment, was? Nein! Das was? Wir waren nicht mal in Afrika. Junge. Wir sind nicht mal nach Afrika gekommen. Hä, aber Chat. Oder ist das DLC-Content vielleicht? Ist Episode 2 DLC? Weil ich habe Bilder gesehen von Sachen, die wir noch gar nicht hatten. Ähm. Hier, das hier. Was ist das denn? Das hatten wir. Das hatten wir. Das hatten wir. Warte, gleich kommt das nochmal. So was ähnliches. Das hatten wir alles. Junge, die Scheiße. Ja, das hatten wir alles. Das hatten wir auch gerade alles. Das war fürchterlich. Da hat er irgendwie einen Laser auf einmal gehabt. Okay. Da, 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 da. Was ist das hier? Das ist, glaube ich, in diesem VR-Ding drin. Weil es ist ja hier schon alles so, so nach Reihenfolge des Spiels, wie das auch abläuft. Und dann kommt diese Stelle hier, wo die hier mit diesen VR-Brillen sitzen. Und dann kommt das hier. Da ist der gezähmte Gorilla, von dem wir gelesen hatten. Da ist er. Hier, und dann läufst du irgendwie mit einem Zauberstab rum oder so. Vielleicht hätten wir nicht skippen sollen. Nee, ich glaube, das ändert nichts daran. Aber ist das vielleicht ein DLC? Es gibt ein Fantasy-Chapter, ja. Es gibt ein Halloween- und ein Fantasy-Chapter. Kostenlos. Also, das Halloween-Chapter kam dieses, nee, ich dachte 24, 24. Oktober. In der Halloween-Nacht verwandeln sich die Kürbisseen in den Hinterhöfen der ruhigen Vorstadt plötzlich in gruselige Monster. Das ist die scheiß Map, wo wir drin waren. Und das ist jetzt einfach, dass ihr jetzt hieß einfach nur, du spielst dieselbe Map nochmal, nur jetzt laufen hier gruselige Monster rum. Was dummes Scheiße. Und das andere ist das Fantasy-Chapter. Hier ist einfach Fantasy-Chapter. Kam letztes Jahr raus. Aber ist das Kapitel 2 dann? Junge, das sind Drachen. Man kämpft gegen Drachen. Dies ist ein eigenständiges Kapitel des Hauptspiels, Sansaras Networks. Es spielt in einer illusorischen Realität, die ein besonderer Katalysator ist, der die darin gefangenen Menschen die reale Welt wahrnehmen lässt. Diese Technologie wird von den Geheimdiensten eingesetzt, um auf sanfte und diskrete Weise Informationen von ahnungslosen Gefangenen zu erhalten. Ah, sie wollen mit diesem VR-Gerät von ihm was, von dem Typen was haben oder so. Ich dachte, die wollten den therapieren oder so, weil er irgendwie ein Menschenfeind ist oder so. In diesem Kapitel machen sich Kanter und ihr Begleiter auf den Weg durch einen gefährlichen und magischen Dschungel zu einem Teleporter auf dem Dach eines alten, verlassenen Tempels. Auf ihrem Weg begegnen sie aggressiven, wilden, magischen Fallen Scharen von lebenden Toten, die von Nekromanten angeführt werden. Und mehreren Inkarnationen des von Nekromanten kontrollierten besiegten Drachen. Außerdem gibt es mehrere sichere Zufluchtsorte, an denen sich die Reisenden ausruhen, ihre Beziehungen besprechen und Kanter an seinem Spionageauftrag arbeiten kann. Ja, ja, so Inception-mäßig. Versuchen aus den Träumen was zu klauen. Wenn sie Elfen, Drachen, Zaubersprüche und gerissenen Spaßvögel mögen, ich liebe Spaßvögel, dann ist dieser DLC genau das Richtige für sie. Da, wenn dieser DLC angeschlossen wird, das Kapitel Netze von Sansara automatisch geladen, wenn das Kapitel Halbes Leben aus Gold abgeschlossen ist. Ja, das ist es hier. Also es ist hier anders nur beschrieben. Also es heißt hier Gold Halbwertzeit. Ich denke mal, das ist das Gleiche. Und das ist das letzte Kapitel, was wir gerade hatten. Wenn man das DLC spielt, genau danach dann. Deshalb kann man das skippen, den Text-Chat. Weil als das DLC rausgekommen ist, startest du das Spiel nochmal, aber du musst ja das Kapitel von neu spielen. Und damit die halt nicht dich abfacken beim langen Gespräch, skippst du das Gespräch, um direkt ins DLC zu gehen. Es gibt keine Rezensionen. Das hat niemand gespielt oder so. Was hat dieser Entwickler noch anderes gemacht? Er hat nur Lemuria gemacht. Also war die Lore doch wichtig. Ja, wahrscheinlich wollen sie irgendwas aus diesem Typen rausbekommen, was für das kommende Spiel dann wichtig ist. Aber wie sie es aus ihm rausbekommen, scheint wohl unwichtig zu sein. Weil das ist irgendwie nur so ein Side-Ding. Sein wahres Meisterwerk braucht nur ein Kunstwerk. Ich weiß nicht. Ich denke mal, das Fantasy-Chapter müssen wir uns nicht mehr geben. Das war fürchterlich. Aber die Lore, nee. Das war fürchterlich. Ich muss auch sagen, die Beschreibung im Text klingt auch echt fürchterlich für das DLC. Das klingt echt arschlangweilig. Fürchterlich gut, meinst du? Ja, wenn irgendwann mal Kapitel 2 kommt, dass die Main-Lore weitergeht, dann können wir uns jetzt nochmal, da können wir nochmal reingehen, okay? Und den Rest spielen. Du hast die Guerrilla schon gesehen, oder? Ja, ich weiß nicht. Ich weiß halt nicht, wie lange das DLC ist. Wir haben schon recht spät. Nein, das machen wir nicht. Wir machen das nicht. Wir können das irgendwann mal machen, wenn der zweite Teil draußen ist. Da kann man wohl auch Skyrim mit Porn-Mod spielen. Genau. Aber gibt es da auch dressierte Gorillas? Ich denke nicht. Das ist ein Typ im Kostüm. Nein, wir hatten vorher irgendwas gelesen von dressierten Gorillas. Oder ja, wir können es machen, wenn ein Trash-Game, was ich geplant habe, nicht geht oder zu kurz ist. Dann können wir das immer noch nachträglich machen. Oh Mann, ey, das war fürchterlich. Crazy. Das war, das war krass.